Ja, und damit einen wunderschönen Nachmittag am Sonntag. Ich grüße euch alle, herzlich willkommen heute wieder zu High Rise City. Mal schauen, ob das heute schon eine Art Finale für unsere Stadt Nova Roma wird oder ob wir noch weiter an der ganzen Stadt langfristig schrauben werden. Das werden wir sehen. Und zum Start hier dieses Livestreams haben wir gleich mal eine tolle Überraschung mit einem Raid von der lieben Nina. Mensch, das freut mich aber. Vielen lieben Dank. Frisch gestartet und schon kommt ein Raid rein. Die Liebe einfach so, Nina. Dankeschön, 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 dankeschön. Einfach so geradet. Lalena ist auch am Start. Hallo Lalena. Vorher auch schon im Chat unterwegs gewesen hier. Tetri, wenn ich das richtig gesehen habe. Platonius ist am Start. Hallo ihr lieben Raider. Ihr dürft euch heute freuen auf ganz tolle Aufbaustrategie. Schöne, gemütliche Aufbauunterhaltung. Wir bauen unsere Stadt, unsere Traumstadt weiter. High Rise City, eine Mischung aus Anno, Sim City und City Skylines. Und mich hat es wirklich erwischt. Also ich habe richtig Spaß mit diesem Spiel. Was habt ihr Schönes gespielt, Nina? Oder was heißt gespielt? Vielleicht ja auch einen wichtigen gesellschaftlichen Talk gehalten. Es gibt ja eine bunte Mischung an Programmen bei der lieben Nina, wenn ihr da mal vorbeischaut. Unbedingt eine Empfehlung wert. Entweder die unterschiedlichsten schönen Spiele, die ihr dort sehen könnt. Oder aber auch, ja, wichtige Reactions und gesellschaftskritische Talks. Oder Special Events mit besonderen Aktionen. Und man muss auch sagen, Nina macht sich auch immer sehr schick für den Stream. Schauen wir mal. Das ist toll. Habe gefarmt entspannt. Ah ja. Just entspannt bauen. Das hört sich doch alles sehr gut an. Ich dachte, Rom ist die ewige Stadt. Ja, schauen wir mal. Nova Roma, wie weit Nova Roma dann dabei sein wird. Es ist nach wie vor natürlich sehr spannend, dass der ganze Chat hinter mir weiter hochfließt. Aber, na gut. Man kann nicht alles haben, nicht wahr? Äh, Chiara, danke noch für deinen Follow. Äh, Skappa habe ich vorhin auch noch nicht begrüßt. Hallo. Wir sind alles bei Nina mit Nina rübergeradet. Lalena habe ich ja schon begrüßt. Chiara hat auch gleich den Follow da gelassen. Einfach so geradet. Tyria, let's watch. Ich grüße auch dich. Hallo. Darkhatrach, The Great Topson. Schön, dass ihr da seid. Hallo, hallo. Menschenkind, ich grüße dich. Einen guten... Ähm, so. Habe ich hier noch was? Chiara schreibt noch, oh Gott, nicht noch ein Aufbaugame. Wieso tun Entwickler mir das an? Ja. Ah, Fae Farm. Ja, das ist ja gerade richtig... Also, ziemlich viele Streamer spielen Fae Farm, habe ich gesehen. Bei vielen verschiedenen Personen. Ähm, bei dir auch schon. Genau. Naja, spannend, ne? Es wird jetzt hier ein leicht anderes Aufbauspiel. Ähm, ein bisschen anders als Fae Farm auf jeden Fall. Aber, ähm, Fae Farm. Ich habe es gesehen auf jeden Fall. Ist auch ein sehr süßes, äh, schönes Spiel. Äh, ach, mit... Mit K. Warte mal, man spricht nicht mit K aus. Chiara. Also nicht... Das C-H spricht man als K. Das ist ja auch spannend. Äh, okay. Ich habe gelernt. Nadine schreibt noch, ich habe gerade erst mit Anno 1800 angefangen und jetzt noch eins. Jawohl, jetzt gibt's gleich wieder Aufbauspiel. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und, was ihr, äh, wo ihr euch, wo ihr euch heute auch noch drauf freuen könnt. Ich verlose einen Steam Key für Age of Wonders 4. Ähm, Platonius, äh, weil du, äh, glaube ich, den Key gemacht hast mit, äh, 44,99 Euro. Auf Steam meine ich kostet der 49,99 Euro. Oder gibt's den irgendwie auf Games Planet auch noch? Weil an sich, genau, wird heute dieser Key verlost werden. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und was ist denn heute los, Mensch? Einen Tag. Platonius, verschenkt erst mal 5 Abos hier. Jetzt wird hier ja richtig, äh, jetzt kommt hier ja richtig Fahrt auf. Und das gleich zu Beginn dieses Streams. Vielen lieben Dank, Platonius. Danke, danke, danke. Äh, an Stiller Wolf, an Chris V91982, an Nasenbärchen. Äh, A, B, D, L. Ähm, an, äh, Navawoom und an Bullet. Dankeschön, Platonius. Und viel Spaß mit den Emotes, liebe Zuschauer. So. Äh, Tirea Let's Watch schreibt, eigentlich spricht man CH schon Xi aus. Aber Chiara kommt ja aus dem Süden, so wie ich. Und wir haben das mit dem CH nicht verstanden. Chemie, China, Chiara. Alles klar, Tirea. Habe ich verstanden. Äh, und, oh, Nina. Dankeschön, dass du dein Prime bei mir gelassen hast. Ich weiß, es gibt eine sehr große Anzahl an tollen Streamerinnen und Streamern, in denen man einmal im Monat sein kostenloses Prime-Abo dalassen kann. Vielen Dank, dass du mich für diesen Monat ausgewählt hast. Und viel Spaß mit den Emotes. So. Ähm, genau. Also wie gesagt, ihr könnt heute einen Steam-Key für Age of Wonders 4 gewinnen, im Wert von knapp 50 Euro. Den verlose ich einfach im Laufe dieses Livestreams heute Nachmittag noch. Und ansonsten werden wir heute ganz gemütlich hier weiterbauen. Ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach mal ein, dass ihr auch was seht. Ich werde mal Spiel fortsetzen klicken. Wir haben schon 10 Stunden, äh, an diesem Spielstand gespielt und gebaut. Also da ist schon eine ganze Menge passiert. Wir haben schon einen schönen Ort gebaut mit Nova Roma. Nicht wundern, dass das jetzt hier ein schwarzer Bildschirm ist. Sollte gleich wieder geladen haben. Chiara ist italienisch, deshalb spricht man es mit K. Ach so, Tires trollt nur. Verstehe, Chiara. Dann habe ich dich aber total auf dem Schirm. Für die Zuschauer von Nina, die mich vielleicht nicht kennen, bei mir gibt es regelmäßige Strategiespiele, Ähm, Aufbauspiele, wie jetzt hier High-Race-TV, Anno, wie Manor Lords bald. Aber auch große Strategiespiele wie Crusader Kings 3, wo ich viel Roleplay mache. Victoria 3, Stellaris. Äh, aktuell auch sehr gerne wieder Europa-Universal 4, ein schöner Klassiker. Age of Empires als Echtzeitstrategie werde ich bald auch wieder spielen. Age of Empires 4, Age of Empires 3 wahrscheinlich auch. Und Total War und noch so tausend andere Spiele, sowas wie Dune Spice Wars. Und alles, was so im Bereich Strategie dabei ist. Ich liebe es, Strategiespiele mit Roleplay zu verbinden. Ich Roleplay auch sehr gerne. Ich spiele auch gerne mal bei einem Pen & Paper mit tatsächlich. Da habe ich echt mal wieder Lust drauf, ne? Bei Gelegenheit mal wieder eins spielen. Und, ähm, ja, ich liebe es auch, große Events zu veranstalten. Ob jetzt, dass ich der alleinige Veranstalter und Event-Organisator bin, wie ich schon einige Events zu Dune Spice Wars hatte, zu die Gilde 3. Oder auch natürlich am liebsten auch mit Strategie-Ecke zusammen die großen Game of Events. Gibt also ein breites Programm, was ihr hier auf Twitch oder auf meinem YouTube-Kanal finden könnt. Und ich sage auch nochmal direkt Dankeschön an Dark Katrach für den, ähm, das Abo, was du an Kiara geschenkt hast und gesponsert hast. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Wir wechseln uns hier einmal schon mal in den größeren Stream rein. Was ist denn heute los, Mensch, hier? Richtig cool. So, ich muss mich erstmal hier kurz wieder ein bisschen orientieren. Ihr seht schon, wie riesig einfach unsere Stadt ist. Konnte man nicht früher noch immer ein bisschen mehr rauszoomen? Ich glaube, unser Schatz ist einfach schon so groß. Viel weiter rauszoomen können wir gerade gar nicht. Äh, Pen & Paper mit Nina. Wann? Ja, also, ich habe ja auch gesehen, dass Nina auch ihre ersten Pen & Paper-Schritte gemacht hat. habe ich natürlich aufmerksam verfolgt. Und, äh, ja, also, ich wäre sehr offen, auch gerne mal ein Pen & Paper mit Nina zusammenzuspielen. Was ist mit Game of Cords, fragt Karl Silse. Ja, da ist Game of Cords Staffel 3 schon in der Entwicklung. In der Entwicklung? Sagt man das so? Nein. In der Planung. In der Planung, da bin ich gerade mit Strategie-Ecke dabei, dass das wieder geplant wird. Voraussichtlich ungefähr Ende Oktober dürft ihr euch drauf freuen auf Game of Cords Staffel 3. Ähm. Achso, warte mal. Platonis hat noch geschrieben, ich sehe das als Zusage für das Playthrough mit Victoria 3 mit Japan. Nina, nein. Und Filzstifti ist auch am Start. Ich grüße dich, Filzstifti. Hallöchen. Schönen Sonntag. Ich grüße dich. Ähm. Ja, Nina schreibt, ja. Sehr gut. Hm. So wie bei Cäsar, da ist das C auch ein K genau. Genau, also offiziell lateinisch würde man Gaius Julius Cäsar sagen, aber natürlich bin ich fancy und sage Cäsar. Ich werde nur selbst immer eingeladen und organisiere nie selbst. Ich werde mal was futtern gehen und lurken. Viel Spaß euch. Dankeschön und danke für den Rate, Nina. So. War da nicht noch ein Match in Crusader Kings 3 offen mit Nina? Ja, das kann durchaus sein. In der, in meiner, äh, in Gaius Ausbildungslage habe ich irgendwie viele Matches aufgemacht. Aber vielleicht nie final geschlossen. So. Aber, wir sind jetzt hier in Highray City unterwegs. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen orientieren. Das hier ist unsere Stadt Nova Roma. Wir haben mittlerweile 177.000 Einwohner. Das ist schon eine ganze Menge. Wir sind hier schon eine große Stadt. Hier unten haben wir teilweise Industrie. Hier haben wir unsere ganzen Farmen. Schaut mal, wie viel Landwirtschaft wir hier haben. Hier haben wir zum Beispiel, was haben wir denn hier? Obstplantage Schweizer. Oder die Getreidefarm Burkhardt. Obstplantage Tim. Dem auch alle Namen. Ähm. Ab morgen Cäsar 3 PO. Ah, herrlich. Ihr seid so toll. Ähm. Ja, und dann haben wir hier hinten so ein bisschen unsere Büroviertel. Das sind alles so Bürokomplexe. Äh, hier haben wir unsere Lehmproduktion. Wir können ja auch ganz nah ran zoomen, wie ihr seht. Schaut mal, da können wir die ganzen Details sehen. Die ganzen Details unserer Lehmproduktion zum Beispiel. Dann scrolle ich wieder raus. Und hier hinten kommt unsere ganze Holzindustrie. Und vor allem unsere Eisenminen. Da habe ich auch nochmal... Achso, ne, halt, entschuldige. Das ist schon... Einen Moment. Das hier ist, äh, Holzindustrie. Hier ist auch ein bisschen... Hier sind Kohleminen dabei. Und hier hinten haben wir unsere Schwerindustrie. Hier haben wir ganz viele Eisenminen. Und, äh, Stadtschmelzer. Und Eisenschmelzen. Und da produzieren wir ganz viele Werkzeuge und alles, was dazugehört. Und hier haben wir jetzt schon eine zweite Stadt sozusagen gegründet, dass die Leute nicht alle so eine weite Anfahrt, so einen weiten Anfahrtsweg haben. Ich habe hier auch schon extra teilweise größere Straßen gebaut. Ah, das sind, glaube ich, gerade die Müllautos, die hier den Müll transportieren. Ja. Äh, man kann hier unterschiedlich große Straßen bauen, was ganz spannend ist. Also man kann hier riesige Autobahnen langziehen. Oder eben kleine, schöne Straßen. Und es gibt auch immer mal wieder so Aufträge, da müssen wir selbst als Bürgermeister, äh, einen LKW fahren. Und das ist sehr witzig. Da könnt ihr euch drauf freuen. Jetzt muss ich mich erstmal wieder orientieren. Wir wollen einen Weltraumhafen bauen. Das ist unser Ziel im Jahr 1985. Ja, wieso nicht? Wir haben den Bauplatz für den Weltraumhafen hier hinten hingestellt. Da, äh, werden aktuell noch, glaube ich, Dinge hintransportiert. Es fehlen nur noch sechs Tonnen Glas. Dann kommen wir in die letzte Baustufe, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, aktuell wird darauf gewartet, dass wir mehr Glas brauchen. Und hier oben links sehen wir übrigens, was wir in der Regel so für Gebäude bauen müssten. Blau bedeutet, wir brauchen mehr Büros. Und ich habe das Gefühl, unsere Büros, ähm, haben Müll oder produzieren sehr viel Müll. Das heißt, wir müssten vielleicht sogar entweder noch eine Müllabfuhr bauen oder die Müllabfuhr, die wir haben, noch ein bisschen erweitern. Hier haben wir auf jeden Fall eine Müllabfuhr, die ist aber, äh, völlig überlastet. Kommt nicht hinterher. Und hier haben wir, ach, hier haben wir doch auch eine Müllabfuhr, aber auch die, kann ich die nicht noch vergrößern, die Müllabfuhr? Jetzt ist schon eine städtische, ist das hier drüben auch eine städtische Müllabfuhr? Städtisch. Die kostet uns auch schon immer sehr viel Geld, aber es wird einfach, es werden einfach Massen an Müll hier produziert. Wir haben auch schon Müllrecycling, äh, Recyclingsanlagen. Städtische Müllabfuhrkranz. Ich verringere das einfach mal hier ein bisschen, dass die Effizienz vielleicht steigt. Äh, ich glaube nicht, dass das so viel ändern wird. Wir können hier also auch den Radius ändern. Hier haben wir eine regionale Müllabfuhr, kann ich die denn noch vergrößern? Ne, scheinbar nicht, die kann ich jetzt nicht zur städtischen Müllabfuhr ausbauen. Das ist ja schade. Können wir denn noch größere Müllabfuhren bauen? Schauen wir mal ganz kurz. Ähm, es mangelt an Obst. Noch eine städtische Müllabfuhr könnte ich bauen. Dann ist das ja scheinbar notwendig. Dann baue ich vielleicht da hinten nochmal eine. Bauen wir hier nochmal eine städtische Müllabfuhr. Neben der Druckerei Brun. Und wir brauchen natürlich eine Entsorgungszone, die wir hier noch mit festlegen müssten. Die machen wir einfach mal da hinten hin. So, das wird alles Müllentsorgungszone. Perfekt. Die wird jetzt hier gebaut. Stück für Stück wächst das Gebäude der Müllentsorgung, dass wir, dass die Leute hier nicht mehr ihren ganzen Müll haben, der schlecht läuft. Das geht natürlich nicht. Oh, ne. Jetzt ist der Radius ein bisschen zu klein. Wir machen ihn mal ungefähr so. Aber die ist auch direkt wieder ausgelastet. Also Müll ist echt ein Problem. Deswegen würde ich direkt vielleicht gleich noch eine weitere große, ein großes Recyclingcenter noch bauen. Ähm. Das könnten wir vielleicht irgendwo hier noch reinpacken. Packen. Hm. Bauen wir es mal hier hin und bauen hier noch eine Straße. Jetzt muss ich mich nur wieder orientieren, wie groß ist diese Straße hier? Eine 70er Straße. Dann bauen wir mal noch eine 60er Straße hier vielleicht hin. So. Perfekt. Ihr seht hier übrigens auch eine große Straße, die eine kleine Straße mündet. Das ist immer so ein kleiner Fropf hier sozusagen. Ich weiß, es gibt auch riesige, zwölfspurige Straßen. Aber das ist ja, also... Wer braucht denn hier bitte zwölfspurige Straßen? Das ist ja totaler Wahnsinn. Das wäre total verrückt. So, aber wir haben gesagt, wir brauchen noch mehr Büros. Ah, die kosten mich aber auch Glas. Dann werde ich mal Bürokomplexe Stufe 3 bauen. Die kosten mich kein Glas. So, hier können noch ein paar hin. Hier noch ein paar Büros. Hier noch ein paar Büros hin. Hier noch Büros. So, dann bauen wir noch ein paar Ingenieurzonen. Wobei wir eigentlich noch mehr Manager bräuchten, aber uns fehlt aktuell tatsächlich das Glas. So, hier noch ein paar Ingenieure, die dort leben können. Leben dürfen. Hier noch ein paar Ingenieure. Direkt neben der Müllhalde ist bestimmt auch ein sehr guter Wohnplatz. Der hat bestimmt eine hohe Wertanlage. Da lebt man sicherlich sehr gerne. So, aber hier, schaut mal, mitten in der Innenstadt. Das ist richtig guter Wohnplatz hier. Den habe ich extra freigelassen, falls wir noch irgendwas bauen wollen. Neben der Feuerwehr. Schön hier neben ein paar Mehrfamilienhäusern. Hier ist auch gleich ein Park, den ich gebaut habe. Also, ich glaube, das hier, das wäre echt perfekt. Schaut mal, wie viele Leute hier unterwegs sind, ne? Ganze Menge Personen, die hier durchlaufen. Und da spielen ein paar Kinder. Das ist ein schöner Park. Einfach mal eine Grünfläche auch in der Stadt. Man muss ja nicht immer alles zubauen, nicht wahr? Also, ich kenne Verkehrsminister, den geht bei zwölfspurigen Straßen einer ab. Neben der Feuerwehr wird bestimmt immer schön ruhig sein. Ja, ja, das ist bestimmt super ruhig dort. Hier, schau mal, das Haus Punkt. Das ist so ein klassisches Einfamilienhaus. Die leben einfach so mitten in der Großstadt, umringt von riesigen Hochhäusern. Neben der Feuerwehr. Steht da mitten auf dem Fußweg ein Haus? Auf welchem Fußweg? Ich sehe da nichts. So, was haben wir jetzt mit unserer Glasproduktion? Wie sieht es denn aus? Haben wir jetzt das Glas da hinten schon oder kam da nichts mehr an? Ne, zwei Glas fehlt noch. Und Beton fehlt doch dann auch noch, oder was? Im Bau. Ach so, nee, ich sehe hier nicht, was mir noch fehlt. Hier oben sehe ich, was noch fehlt. Ach du Schande, wir brauchen noch viel mehr. Ach ja, stimmt, vor allem fehlt uns ja hier die neue Ressource, Kupfer. Und Kupfer können wir, glaube ich, noch gar nicht abbauen, weil wir noch wachsen müssen für Kupfer. Heißt, ich brauche eh eigentlich das Glas noch für andere Sachen. Naja, gut, wir haben jetzt erstmal einen Auftrag. Den Auftrag nutzen wir doch. Jetzt dürfen wir tatsächlich LKW, mit dem LKW fahren. Yay! Und schau mal, das ist eine vierspurige Straße, auf der wir hier fahren. So, schauen wir mal, wie gut hier ich fahren kann als Bürgermeister. So, wir biegen hier einmal ab. Aus dem Weg, hier komme ich. Jetzt haben wir nur noch eine dreispurige Bahn, wie ihr seht. Upsa, uiuiuiuiui, ich verliere die Kontrolle. Ups, da wurden wir einfach überholt. Ich verliere die Kontrolle schnell über meinen LKW. Das mangelt an Obst. Das ist natürlich nie gut. Gut, Leute, immer genügend Obst essen, ganz wichtig. Nein, du überholst mich jetzt nicht. Gib Gas, gib Gas, gib Gas, die überholen mich. Nein, Gas geben. Ha, niemand überholt mich. Wuhu. Einfach drüber brettern, einfach drüber brettern, einfach drüber brettern. Und, oh, Schande, 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 Schande. Rück, zurück, 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 schnell, 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 oh Gott. Oh, das war knapp. Puh. Jetzt wird es sehr eng, jetzt haben wir nur noch einspurige Straßen in eine Richtung. So, hier müssen wir rechts abbiegen, abbiegen. Vorwärts, Gas. Schnell. Wir müssen die Ware ausliefern. Wir müssen exakt, wie ihr oben links bei Fracht lesen könnt, null Spielzeuge müssen pünktlich ausgeliefert werden. Was machen denn die armen Kinder, wenn sie ihre null Spielzeuge nicht bekommen? Ich kann das nicht. Könnt ihr das vertreten? Ich kann das nicht vertreten. Ich kann das nicht vertreten, wenn die Kinder einfach traurig sind, weil sie ihre null Spielzeuge nicht bekommen. Ich muss das schnell liefern. Gas, Gas, vorwärts. Aus dem Weg. Hier kommt der Spielzeug. Speditionist. Gaius Julius Selsa, da ist das Ziel. Auf zur Müllhalde, da gehören die Spielzeuge nämlich hin. Juhu. Wir haben es geschafft. Abschließend. Und wir bekommen dafür 310.000 Euro. Joa. Ich sag mal so, für null Spielzeuge auszuliefern, dabei Spaß zu haben, durch die Stadt zu fahren. Dann nehme ich schon mal die 310.000 Euro. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Kann man nehmen, oder? Kann man nehmen. So, das Problem ist, wir bräuchten viel mehr Glas. Jetzt geht natürlich das ganze Glas hier in den Bau. Kann ich das auch einfach mal stoppen? Na, da haben wir noch nicht mal die Hälfte an Glas. Ähm. Okay, wir brauchen mehr Glas. Jetzt muss ich mich erstmal wieder orientieren. Unsere Glasproduktion. Ah, schaut mal, hier haben wir eine kleine Glasschmelze noch hin. Glas benötigt ja Kohle und Quarz. Jetzt schauen wir mal kurz in unser Warenlager hier oben, wie es da so ausschaut mit Kohle und Quarz. Oh, Quarz haben wir null. Und Kohle haben wir auch so gut wie nichts. Das heißt, wir brauchen sowohl mehr Quarz, als auch mehr Kohle. Die lokale Spedition ist hier überlastet. Dann machen wir doch da gleich mal eine städtische Spedition bitte draus. Und wir müssen mehr Quarz produzieren. Das kriegen wir doch hin, oder? Ein Quarzbruch. Hier passen doch noch Quarzbrüche hin. Brauchen wir doch mal hier noch eins hin. Passt hier noch was hin? Ja, richtig rum bitte. Drehen. Hier noch ein Quarzbruch. Hier haben wir leider schon Wohnhäuser hin. Mehr Quarzbrüche kriegen wir hier nicht hin. Aber hier kriegen wir doch noch einen hin, oder? Ja, 90%. Schön. Zwei Quarzbrüche noch gebaut. Ne, drei Quarzbrüche haben wir doch jetzt eigentlich gebaut sogar. Äh, wie groß ist die Straße? Das ist eine 70er Straße, kann das sein? Ich glaube schon. Perfekt. So. Das ist doch solide, würde ich sagen. Ich verringere hier mal noch ein bisschen den Radius. Hier erhöhe ich gleich den Radius. Wir brauchen einen Wasseranschluss, wie wir sehen können. Der fehlt hier hinten. So, das war's eigentlich mit dem Wasseranschluss. Äh, wie viel produziert denn überhaupt eine... ...ein Quarzbruch nochmal? Halt. Nicht Eisen. Hier. Quarzbruch. Fünf. Fünf Quarz. Und wir brauchen... Ah ja, für eine Glasschmelze auch fünf Quarz. Das heißt, wir könnten jetzt nochmal drei Schmelzen bauen. Warte mal. Das ist doch... Ist das nicht viel? Achso, eine große Glasschmelze braucht nicht so viel Quarz, dafür aber sehr viel Kohle. Puh, die kostet aber auch im Unterhalt 56.000. Dreimal so viel. Neun. Dann ist aber die hier trotzdem, was den Kosten angeht, günstiger. Jetzt baue ich hier mal noch drei Stück hin. Eins. Zwei. Drei. Kleine Glasschmelzen. Hart. Schwarzkopf und Böker. Und jetzt brauchen wir natürlich noch mehr Kohle. Kohleminen. Ach verdammt, für die Kohle-Mine brauche ich ja auch Glas. Haha. Kann ich jetzt nicht hier den Bau einmal kurz stoppen? Ja. Das heißt, da sollte ich doch jetzt hoffentlich mal wieder ein bisschen an Glas in mein Lager kommen. Ich könnte natürlich auch ein bisschen Glas über den Hafen kaufen, aber das ist halt sehr teuer. Kann man sich... Äh, wo kann man sich als Fahrer bewerben? Gar, äh, nirgendwo. Sonst wird ja der Bürgermeister arbeitslos. Der will ja seine Nebentätigkeit auch noch ausführen. Eine halbe Stunde pro Tag... Ne, eine halbe Stunde pro Monat mal was fahren und 300.000 Euro einstreichen. Einfach mal ein paar Rauch einstellen. Die quarzen dann schon genug Tetris hier für die, ähm, Unterhaltung. Oh, schau mal. Jetzt haben wir schon relativ schnell viel, äh, Glas bekommen. Sehr schön. Wir brauchen nämlich jetzt noch ein paar Kohleminen. Hier ist nur noch unser Kohlefeld. Das Problem ist, dass ich hier schon die ganzen Stromtrassen irgendwie hingestellt habe. Das macht es nicht so einfach, da noch was hinzubauen, tatsächlich. Hier mal eins mit 80%. Hier eins mit 90%. 90%. 80%. Ja, der Rest hier ist schon alles Kollisionsgebiet. Leider. Ah, hier kriegen wir noch eins mit 80% hin. So, jetzt brauchen wir natürlich hier auch noch ein paar Straßen. Dann nehmen wir mal die 60er Straßen, bitte. Das war übrigens alles mal unser Holzfällergebiet, aber das wird jetzt alles zugebaut. Es hilft ja nichts. Ich glaube, jetzt fehlen uns nur wieder ein paar Arbeitskräfte. Hallo, Donald. Aber jetzt müsste doch die Glasproduktion mal ordentlich steigen, auch wenn uns die wahrscheinlich wieder sehr viel Geld kostet. Was wir aber jetzt mal wieder machen können, ist endlich wieder Managerzonen zu bauen. Ich überlege gerade mal. Ja, doch, hier in der Mitte bauen wir mal ein paar Managerzonen wieder hin. Wo ist noch ein guter Platz? Hier im Süden wollten wir, glaube ich, noch ein paar Managerzonen ausweisen. Ach nee, hier passt ja keins. Hier ist ja schon... Ah, die Stromtrasse nimmt alles weg. Ah, hier, 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 zack. So, hier. Schön noch ein paar Managerzonen mit dem Glas mitgebaut. Ich präsentiere hier übrigens die Hochhäuser. Hier leben die reichen Manager. Ihnen fehlt es allerdings an Textilien. Wieso? Und an Möbeln. Haben wir da ein Problem? Was ist da los? Textilien und Möbel. Ah, aber je. Und Bier ist auch schon wieder, oh Gott, oh Gott, katastrophal niedrig. Aber eins nach dem anderen. Null Möbel haben wir und null Textilien. Das kann doch nicht sein. Null Möbel, null Textilien. Das, äh, akzeptiere ich so nicht. Ich baue hier noch eine Spedition hin. Nationale. Ich weiß noch nicht, ich halte von den nationalen Speditionen nichts. Wir machen noch eine städtische. Hier irgendwie dazu. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen noch mehr Möbel. Wie viel Holz haben wir denn gerade? Ach, na doch, 300 noch. Bauen wir mal noch ein paar, hier, Möbelfabriken. Jetzt weiß ich nicht, ob die dann den Straßenanschluss automatisch schon haben oder nicht. Aber hier. Zwei Möbelfabriken. Kriege ich hier eine Straße durch. Ja, und dann bauen wir da nämlich noch eine weitere, dritte Möbelfabrik hin. Perfekt. Die brauchen natürlich noch Holz. Mittelgroßer Holzfällerbetrieb. So. Sollte erstmal wieder für die Holzproduktion reichen. Und dann bauen wir da hier noch die Straße lang. Zack. Dann brauchen wir natürlich noch die Wasseranschlüsse. Für die Holzfällerproduktion ist ja klar. Und natürlich, jetzt reicht die Feuerwehr da nicht mehr. Das ist aber gar kein Problem. Die verschiebe ich jetzt einfach so ein bisschen. Die Polizei auch. Perfekt. Jetzt passt der Radius hier wieder. So. Das heißt, Möbel sollten jetzt wieder mehr produziert werden. Und uns hat Kleidung noch gefehlt. Wir müssen also noch Textilfabriken bauen. Die kommen einfach auch mal noch hier dazu. Schön noch so ein paar Textilfabriken, bitte. Perfekt. Und was braucht eine Textilfabrik? Farbe, die kaufen wir einfach ein. Und diese Textilfabrik, diese Wolle. Die Wolle sinkt auch. Das heißt, wir bräuchten wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen mehr Wolle wieder. Schafsfarm. Da würden wir hier vier Wolle produzieren. Das ist natürlich nicht so viel. Ich belege nur gerade, wo wir nochmal was hin. Hier könnten wir einfach nochmal ein Feld hinbauen. Bei Feldern muss man immer so Straßen erst langziehen. So, und jetzt bauen wir hier. Also man braucht immer so ein viergeckiges Feld. Jetzt baue ich hier eine Schafsfarm hin. Und dadurch produziere ich jetzt acht Tonnen Scharwolle. Und wie viel braucht hier eine? Eine braucht sechs. Ah ja, da brauche ich tatsächlich viel mehr. Das heißt, die wird nicht langfristig, die wird nicht reichen. Oh, was ist hier los? Ah, hier passt die Feuerwehr nicht mehr hin. Aha. Die mittelgroße Feuerwache. Kann ich die bitte ein bisschen mittiger bauen? Ah, dann passt die gerade so bis da oben hin, auf jeden Fall. Dann haben wir jetzt natürlich hier oben keine Feuerwache mehr, ne? Das ist auch wieder schlecht, verdammt. Ja, aber da hilft nichts. Da muss ich jetzt auch nochmal eine eigene Feuerwehr da hinsetzen. Da reicht aber, glaube ich, eine kleine Feuerwehr, oder? Ist hier eine Straße? Ne. Aber ich würde es hier gerne gleich so bauen, dass der Radius hier mit dabei ist. Oder bei... Vielleicht bauen wir dann schon... Denken wir schon mal größer und bauen hier auch nochmal eine mittlere hin, würde ich vorschlagen, fast. So. Wir haben doch das Geld, Freunde. Wir machen hier ein großes Plus, wie ihr oben links seht. Wir haben 10 Millionen auf der hohen Kante. Wenn es sich jemand leisten kann, dann sind wir das natürlich. So, noch ein paar Management... Äh... Managergebäude, bitte. Da noch hin. Hier passen doch auch noch ein paar hin. Ein paar Manager. Neben der Müllhalde ein paar Managergebäude. Passt das? Hier noch hin. Jetzt bauen wir da oben noch ein paar Manager. So. Mir fehlt jetzt wieder Stahlbeton, um noch mehr Manager Häuser zu bauen. Wir brauchen eh wieder noch ein paar Büros. Wollte ich hier eine Straße eigentlich runterbauen? Jetzt passt da wahrscheinlich die Straße nicht mehr durch, ne? Passt eine 60er Straße da durch? Joa. Ist doch schön. Spiel gespeichert. Sehr schön. So. Wie weit sind wir denn jetzt hier? Es fehlen nicht mehr viele Manager. Noch so 10.000. 12.000. Denen geht es aber wieder nicht ganz so toll. Stimmt, wir haben ja noch gesehen. Bier wird jetzt auch bald wieder fehlen. Ich brauche wieder mehr Bierproduktion. Hopfen. Geht so. Was brauche ich da noch für die Bierproduktion? Es gibt einen Mangel an Gemüse. Ach ja, Obst und Gemüse ist auch wieder... Vielleicht kaufen wir das tatsächlich ein jetzt langsam. Brauerei. Ach ja, da brauche ich ja Massen an Obst. Massen an Getreide brauche ich da wieder. Das wird nicht einfach werden, Freunde. Massen an Getreide. Brauchen wir hier noch eine Brauerei. Getreide haben wir wahrscheinlich wieder, wie immer, gar keins. Naja. Dann bauen wir mal hier. Ich weiß nicht, ob das hier reicht, um eine Getreidefarm bauen zu dürfen. Doch, es reicht. Eine riesige, schöne Getreidefarm. Schaut mal hier, das ist alles Getreide. Soweit man hier schauen kann. So. Jetzt aber brauchen wir mehr Obst und Gemüse. Die Grundnahrungsmittel, da haben wir schon wieder nichts mehr. Wie sieht es denn aus, Hafen-technisch? Ich würde sagen, ah ja, da haben wir doch jetzt ganz viel Platz. Komm, dann kaufen wir doch jetzt halt mal regelmäßig. Das ist doch recht billig, oder? 247. Kaufen wir jetzt ein. Und... Obst auch. Oh, Obst ist aber teuer. Ne, dann werde ich Obst einfach selbst. Dann tun wir mal nur Gemüse einkaufen. Ist in Ordnung. Und Obst produziere ich selbst. Das geht klar. Haben wir eigentlich noch was, was wir verkaufen können aktuell? Ja. Müll lässt sich leider nicht verkaufen. Theoretisch Rinder und Fleisch. Da kaufen wir nochmal ein bisschen, ähm... Rinder. Oh, ja, mit Fleisch. Hui, da können wir richtig Geld verdienen. Dittemis, ich grüße dich. Hallöchen. So, aber wir wollten noch für mehr Obst sorgen, haben wir gesagt. Hier ist ja unsere gesamte Landwirtschaft schon durch, irgendwie. Hier, oh ja, hier brauchen wir mehr Müll. Kapitalstufe 1. Verdiene etwas Geld pro Woche. Plus 5 Forschungspunkte. Etwas Geld pro Woche. Ich habe gerade plus 2 Millionen in der Woche verdient. Puh, ja, was man halt so macht, ne? Oh Gott. So. Wollen wir das mal kurz noch ein bisschen länger. Hier rüber. Ist leider alles Holzfläche. Eigentlich würde ich das Holz gern behalten, aber ich brauche riesige Obstfelder. Ich brauche riesige Obstfelder. Ist eigentlich die Musik für euch so in Ordnung? So, wir bauen hier noch ein Obstfeld hin. Kohle. Mine. Warte mal, war hier Kohle? Oh, tatsächlich. Hier gibt es Kohle. Hm. Ich überlege gerade, wie ich hier noch eine Straße reinbauen. 1, 2. Da muss ich jetzt eine 60er Straße vielleicht hinsetzen. Mit diese Kollisionen. So. Dann kann ich hier noch 2 hinbauen. Dann, weil dann übersehe ich das nämlich nicht. Freunde. Das ist der Plan dahinter. Den Rest kann ich jetzt wieder zubauen, tatsächlich. So, jetzt baue ich hier immer noch lang. Das wird auch nochmal ein Obstfeld. Crash Override. Cooler Name. Und danke für den Follow. Hallo. Hier kommt nochmal Obst hin, bitte. Und wir haben jetzt hier ein Problem mit der Feuerwehr. Einen Moment, weil hier sonst brennt uns alles ab. Wo ist mein Feuerwehrgebäude? Hier ist mein Feuerwehrgebäude. Können wir das bitte ein bisschen höher stellen? Oder habe ich jetzt hier im Süden ein Feuerwehrproblem dann? Diese städtische Spedition ist auch schon wieder problematisch unterwegs. Warum verwertest du deinen Müll nicht? Mit kleinen kann man es zu Holz, mit mittleren auch zu Zwiebeln und Papier. Mach ich, Dedemis. Mach ich. Ich habe ganz viele solche Produktionsstätten, aber ich schaffe es nicht den ganzen Müll. Wir produzieren so viel Müll. So viel kann ich gar nicht irgendwie verarbeiten, aber ich kann noch mehr bauen. Vielleicht baue ich noch mehr gleich. Ich brauche jetzt hier wieder ein Umspannwerk, glaube ich. Das ist halt wieder die Frage, kaufen wir das hier rechts noch oder reicht ein kleines? Ich baue ein kleines, komm. Bauen wir es doch mal gleich hier hin. Aber es gibt schon wieder zu viel Müll. Also Müll ist echt unser größtes Problem hier leider. So, jetzt müssen wir noch einen Strom. Strom noch nutzen. Wo ist denn das nächste Strom? Ah ja, hier drüben. Schau an. Das passt doch, glaube ich, ganz gut. So, einmal hier. Bisschen mit Umwegen bauen wir das. So, sollte jetzt passen. Ja, aber ich sehe schon, wir brauchen hier wieder eine Müllabfuhr. Städtische Müllabfuhr. Es mangelt an Obst. Ja, es mangelt an sehr vielen Sachen. Ich arbeite dann daran, dass es nicht mehr daran mangelt. So, und jetzt bauen wir hier wieder eine Entsorgungszone, bitte. Bitte, danke. So, und dann bauen wir jetzt mal noch ein paar Müllverarbeitungsanlagen. Großes Recycling Center. Und ein kleines Recycling Center. Sind das 60er Straßen? Wieso sehe ich denn diese Straßen hier wieder nicht richtig? Hä? Irgendwie werden mir die Straßen nicht korrekt angezeigt. Hä? Was ist denn das jetzt? Das hat jetzt nicht funktioniert. Ein Moment. Ein Moment. Neuer Versuch. Bitte diese Stra... Ja, danke. So. So, jetzt muss hier der Müll nur hingeliefert werden. Mal schauen, ob das funktioniert. Ha, wie sieht das aus? Kriegen wir wieder mehr Obst rein? Ey, die Möbel, das kann doch nicht sein. Wisst ihr, wie viele Möbel... Das gibt's doch nicht. Wir brauchen aber eh wieder mehr Häuser, also baue ich noch ein paar Manager-Zonen. So, hier noch ein paar Manager-Zonen. Das hier darf noch alles voll mit Manager-Zonen werden. Dann darf hier oben gerne wieder weitergebaut werden. Ich hab sehr viel Eisen. Ich glaub, mir fehlt Stahl, richtig? Ja, Stahl fehlt. Dann bauen wir mal eine große Glasschmelze. Alter, die hat gerade 320.000 gekostet. Eine große Stahlschmelze. Weil Eisen haben wir... Wie sieht's jetzt... Kohle müssten wir eigentlich jetzt auch langsam mal wieder haben, oder? Ja, Kohle haben wir auch sehr viel. Was uns jetzt aber nach wie vor immer noch fehlt, ist einfach Möbel. Wie sieht's denn mit unserer Holzproduktion aus? Ist die wenigstens gestiegen? Bretter, ja, aber wo ist... Ne, ich hab gar kein Holz. Okay, aber das können wir ändern. Wir haben immer noch sehr viel Müll, richtig? Ja. Dann baue ich noch ein paar von diesen Müllverarbeitungsanlagen, die Holz produzieren, die kleineren. Hier, kleine Recyclinganlagen. Könnte ich hier oben schön hinpacken vielleicht noch. Überall wo Platz ist. Hier hin und hier hin und da hin und hier noch eine. Da noch was. Hier noch was dazu. Einwohnerzahl, Stufe 3, erreichen eine Bevölkerung von 200.000 Einwohner, meine Damen und Herren. 200.000. So, wenn wir da jetzt nicht mal ein bisschen Holz noch produzieren und das Müllproblem lösen, dann weiß ich auch nicht. Oh, uns fehlt wieder Strom, kann das sein? Spiel gespeichert. Ja, äh, der Strom ist mal wieder alle. Zeitenkraftwerk, das gibt's noch nicht. Ach, noch ein Müllkraftwerk könnte ich doch bauen. Hier. Das ist hier schon alles eine sehr dunkle Zone mit den Sachen, die wir da gebaut haben. Äh, hier oben passt doch vielleicht noch was Schönes hin. Wobei ich jetzt nicht ein Müllkraftwerk als etwas Schönes bezeichnen möchte. Aber hier drüben haben wir schon die Stadt, ne? Das muss eher weiter weg von der Stadt. Hier irgendwo hin. Kollision, achso, bitte einmal anders bauen, dankeschön. Hier lass ich mir ein bisschen Platz. Bauen wir hier gleich drei Stück. Einige Müllkraftwerke produzieren keinen Strom mehr. Naja, alles gut. Und dann bauen wir bitte noch was anderes. Ein mittelgroßes Solarkraftwerk. Da brauche ich einen Straßenanschluss. Brauchen wir hier noch den Straßenanschluss? So. Und ich konnte doch hier, glaube ich, auch noch andere Sachen bauen. Nicht Solar, sondern... Wo ist denn das? Offshore. Offshore. Hier so ein paar Offshore-Energiekraftwerke noch. Jetzt fehlt da unten ein bisschen die Energie. Oh, jetzt machen wir aber gerade auch wieder sehr viel Minus. Ja, die produzieren keinen Strom, weil sie erst mal wieder Müll brauchen. Das ist ja klar. So. Die große Müllproduktionskampagne, die jetzt angelaufen ist. Wir brauchen noch 6000 Manager. Aber uns fehlt immer noch Obst, richtig? Und auch Möbel, das kann doch nicht sein. Ich baue hier gerade so viele Sachen und das kriegen wir nicht hin, dass das mal läuft. Schau an, hier wird das nicht abgeholt. Ah. Dann, äh, bauen wir hier bitte noch eine städtische Spedition hin. Die bauen wir extra schön klein. Dann haben wir ja wieder unsere Holzproduktion eigentlich, muss man schon sagen. Ah, so. So, hier noch ein bisschen was. Brauchen wir hier eine Straße noch. Perfekt. Das wird alles gebaut. Wobei natürlich die Feuerwehr wahrscheinlich knapp nicht mehr reichen wird, oder? Bisschen noch versetzen. Dann haben wir das. Strom wird wieder produziert. Möbel, haben wir gesagt, fehlen immer noch die Möbelfabriken. Bauen wir hier noch was hin. So, wenn wir jetzt hier nicht mal genügend Möbel produzieren, dann weiß ich auch nicht. Okay, und Obst. Das heißt, wir brauchen wieder riesige Flächen. Nur für Obst. Ich will aber diesen Wald eigentlich ungern nutzen, aber muss ich ja dann am Ende. Es hilft ja nichts. Es hilft ja nichts. So. Hier muss ich jetzt ein bisschen hoch. Da gehen wir rüber. Da gehen wir rüber. Das wird jetzt alles einmal Obst. Einmal eine Obstplantage, bitte. Das heißt, wir brauchen hier wieder ein bisschen Wasser. Was knapp wieder mal nicht reicht. Oh ne, ich hab's wieder falsch gebaut, oder? Ich hasse es. Spiel gespeichert. Was haben wir denn hier eigentlich? Ein Warentransport. Wir dürfen mal wieder durch die Stadt cruisen. Der LKW stand jetzt aber auch mitten auf der Straße. Wer den da wohl abgestellt hat, ich weiß es nicht. So, wir geben hier gleich mal Gas. So, hier vorwärts. Hier müssen wir einmal links fahren. Äh, hä? Und weiter geht die wilde Fahrt. Kürze ich einfach eiskalt ab. Komm von der Straße runter. So. Jetzt fahren wir mal hier links. Jawohl. Der hat mich aber geschnitten hier. Oh, was ist denn das? Wer hat denn die Straße hier gebaut? Sowas. Da habt ihr das gesehen. Das ist ja frech. Jetzt fahren wir hier ein bisschen Landstraße, wie ich sehe. Jetzt muss ich nur auf diese Straße wieder loskommen. Jawohl. Haben wir eine kleine Abkürzung genommen. Okay, irgendwann haben wir immer noch ein Wasserproblem. Muss ich gleich nochmal schauen. Irgendwann haben wir immer noch ein Wasserproblem. Keine guten Bauarbeiter. Oh, shit. Ich bin Eis... Oh, da schaue ich einmal auf den Chat. Und dann fahre ich da eiskalt vorbei. Ach komm, ich habe doch gerade erst wieder eine Obstplantage gebaut. Wir kriegen diesen Mangel nicht weg. Da vorne ist schon das Ziel. Gas geben. Hallo, Iron Carry. Ich grüße dich. Schön, dass du hier bist. Da ist das Ziel. Jetzt ist die Frage, komme ich hier wieder zurück? Weil ich will euch gerne den Rinderhof zeigen. So, vier Stahl haben wir ausgeliefert. Dafür 340.000 bekommen. Ah, meine Orientierung ist halt so richtig schlecht. Meint ihr, wir finden wieder zu diesem Rinderhof zurück? Den wollte ich mir mal genauer anschauen. Das war natürlich mein Plan, ganz bestimmt. Ja, ja. Da war... Kamen wir von da? Wann mal, da drüben ist doch der Rinderhof, oder? Schauen wir uns mal diesen Rinderhof einmal genauer anschlag ich vor, liebe Zuschauer. Ist der Weg. Hier komme ich. Die armen Rinder. So, aber das ist der Rinderhof hier, oder? Ne, das ist nicht der Rinderhof. Welcher Seite ist hier der Rinderhof? Das gute Gras wird plattgefahren. Ja, eventuell. Die Leute, die hier auf dem Gehsteig laufen auch. Ne, der Rinderhof muss ja dann hier oben beginnen. Dann fahren wir mal kurz hier hoch. Wo ist denn hier? Das ist ein riesiger Rinderhof, den wir hier gebaut haben. Da hinten. Gott, wie groß der ist. Riesige Fleischbrot. So, schaut mal, schaut mal. Schaut mal. Hier. Wen haben wir denn da? Mensch. Den habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Ich weiß ja nicht. Irgendwo habe ich den, den Herrn dieses Rinderhofs schon mal gesehen. Den Besitzer, äh, dieser Bullenfarm. Irgendwo habe ich den schon mal gesehen. Hm, hm, hm. Ich wollte jetzt aber nochmal weiterfahren. Oh, schaut mal. Wir können sogar ins Innere fahren und alles anschauen. Hier, wie sie mit den Bullen umgehen. Ah, ja. Äh, ich wollte mal gerne ins Meer reinfahren. Ah. Ja, Windparks könnte Richtung Meer sein. Könnte aber auch falsch sein. Wir fahren einfach mal... Ui, wo fahre ich denn hier? Hing der nicht neulich über Köln? Jo, das ist richtig. Ich glaube, jetzt habe ich mich festgefahren. Jetzt habe ich mich festgefahren. Verdammt. Na gut, dann müssen wir hier nochmal raus. Glück gehabt. So, wo ist jetzt noch ein Wasserproblem? Es wird mir eigentlich gar nicht angezeigt, dass da ein Wasserproblem ist. Oder fehlt einfach nur... Ne, hier tatsächlich, ich brauche noch Wasser. Das Spiel ist gespeichert. So, aber wir haben immer noch das Problem... Es kann doch nicht sein, dass diese Möbelproduktion nicht steigt. Auch die Holzproduktion. Ich meine, vielleicht braucht es alles ein bisschen Zeit. Wolle haben wir wieder, aber es fehlt Textilien. Farbe kaufen wir doch immer noch, ja. Ich brauche noch mehr Textilien. Textilienfabriken, bitte. Das Problem ist, diese Speditionen sind schon mal wieder alle... Ah, nee, die sind nicht ausgelastet. Dann baue ich hier doch ein paar Textilfabriken einfach mal hin. So, dann die mal wieder hier ein bisschen stärker noch arbeiten. So, hier noch eine Textilfabrik. Hier passt auch noch eine Textilfabrik rein. Und wieso nicht? Dann hier auch noch eine Textilfabrik. Und auch noch mal eine Möbelfabrik. Weil ja hier so viel Platz ist. So. Und wir haben ja gesagt, dass Obst immer noch fehlt. Bauen wir mal vielleicht einfach mal hier. Bisschen Obst. Oder wollte ich in den Süden die Stadt noch erweitern? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ja, im Notfall reißen wir das Obstfeld wieder ab. Fläche ist zu groß. Ist ja lächerlich. Jetzt muss ich die Fläche einmal teilen. Weil sie angeblich zu groß ist. Ist sie jetzt immer noch zu quadratisch, oder was? Für das Obstfeld. So, hier zwei Obstfelder. Städtische Spedition. Wollen wir einfach mal direkt da hin. Und es fehlt schon wieder an Glas. Da gibt es Glas noch für ein paar Manager ausgegeben. Denn wir brauchen nur noch 2000 Manager. Dann sind wir in der nächsten Stufe tatsächlich angekommen. So, wie sieht es jetzt aus? Fisch haben wir sehr viel. Gemüse kaufen wir jetzt gut ein. Obst sollte jetzt hoffentlich wieder wachsen. Mehl. Wir haben sehr viel Mehl. Das heißt, wir könnten noch ein paar Brotbäcker bauen. Ich weiß noch nicht, ob das Mehl dann zentral in dem Lager ist. Ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. So, wir brauchen hier unten natürlich noch eine Wasserversorgung. Das ist klar. Und der Feuerwehr bräuchten wir halt auch wieder hier. Große Feuerwache. Boah, die ist schon gigantisch riesig. Wie sieht die mittelgroße aus? Theoretisch brauchen wir eigentlich nur da unten eine kleine eigentlich, oder? Hm. Ja, die kleine reicht. Die kleine reicht doch. Ein kleines Polizeirevier. Schauen wir mal, von wo das Mehl kommt. Ob das von der Spedition... Es scheint von der Spedition direkt zu kommen. Das ist doch gut. So, jetzt beschleunigen wir nochmal ein bisschen. Sehr schön. Und es fehlt wieder mal ein Glas. Wie sieht es da hinten aus? Da haben wir fast das gesamte Glas. Und ich glaube, Zement haben wir auch schon sehr viel. Stahl ist noch ausbaubar. Und wir haben halt immer noch keinen Kupfer, weil wir es noch nicht produzieren können. Aber das sollte sich jetzt auch bald wieder ändern. Jetzt. Hauptstadt! Nova Roma ist eine Hauptstadt geworden. Neuer Schwierigkeitsgrad. Oh, wir können ab jetzt in Zukunft auch auf schwerer spielen. So, Kupferminen und riesige Kupferschmelzen. Halbleiterwerk. Aha. Elektrofabrik. Goldmine. Oh. Für Schmuck wird das gebraucht. Edelsteinmine. Juwelier braucht Gold und Edelsteine. Megaturm. Klar, kostet ja auch nur... Warte mal, wie viel ist denn das? 500.000... 11... Das Spiel ist gespeichert. 11 Millionen kostet dieser Megaturm. Megaturm. Ist das jetzt schon das höchste Level eigentlich? Hauptstadt? Oder kommt da noch mehr? Ne, da kommt noch mehr, weil jetzt kommen ja erst die Investoren. Stimmt, wir haben jetzt die Investoren auch noch freigeschaltet. Die letzte Stufe mit Investoren. Haben wir jetzt. Ähm, okay. Kupfer. Vorher, was haben wir hier? Bau... Achso, neuer. Hier. Drei Brauereien. Fehlen uns denn Bier? Aber das Problem ist, wir haben halt kein Getreide. Wie teuer ist es, Getreide einzukaufen? Weil ganz im Ernst, ich brauche da Massen an Getreide und ich kriege das nicht hin. Das ist ja auch mega, aber Glückwunsch zur Hauptstadt. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wie teuer ist denn Getreide? Oh, 1900. Wieso ist denn Getreide so teuer? Den Hopfen, den könnten wir einkaufen. Hopfen können wir kaufen. Wobei, der kostet auch... Puh, ne, der kostet auch recht viel. Heieiei. Das heißt, ich brauche noch mehr Getreidefelder. Ich bin nicht bereit, so viel auszugeben. Aber wo baue ich denn noch mehr Getreidefelder hin? Es wird etwas eng. Warte mal, wir machen hier erstmal eine kleine Umkonzeptionierungsphase des Hochspannungsmasts. Jetzt weiß ich noch nicht, wie gut ich das löschen kann, wie ich mir das vorstelle. So. Jetzt würde ich gerne diese Abschnitte hier löschen. Dann können wir hier nochmal ein bisschen Getreide produzieren. Einen Moment. Machen wir das mal hier. So. So. Reicht das, oder ist das wieder zu groß für ein Getreidefeld? Für ein Getreidefeld. Nö, passt. Sehr schön. Noch mehr Getreide. Ist doch schön. Wobei die Spedition, glaube ich, auch nicht mehr dazu kommt, alles zu machen. Äh, ich soll aber noch drei... Vor allem diese Bierproduktionen, die sind auch riesig. Drei Brauereien. Kann ich da, ja. Bauen wir mal hier eine Brauerei noch hin. Und, äh, wo passt denn noch eine Brauerei gut hin? Vielleicht ja noch hier. So. Dafür bauen wir dann hier nochmal eine weitere städtische Spedition, einfach weil wir es brauchen. Einfach weil der Bedarf so groß ist. So. Ach, 70 Forschung haben wir dafür bekommen. Ist auch nicht schlecht. So, jetzt müssen wir gucken, wo es Kupfer gibt. Äh, ach so, aber vorher noch Wasserrohre wiederlegen. So, Kupfer. Wo gibt es Kupfer? Äh, müsste das nicht hier irgendwo? Ach, das ist wahrscheinlich unter Industrie. Ne, das ist die Gold- und Edelsteinmine. Unter Elektrogeräte. Unter Elektronik. Kupfer. So, oh Gott. Kupferschmelze braucht Kupfer und Kohle. Natürlich braucht es wieder Kohle. Das heißt, wir brauchen erstmal Kupferminen. Da oben haben wir Kupfer, das ist ja. Oh. Hier hätten wir auch Kupfer. Da haben wir nur alles voll gebaut. Mit Kohle. Ach, Kohle und Kupfer sind auf derselben. Passt da noch irgendwas hin vielleicht? Aber wo ist die Straße? Ich baue mal hier was hin. Hier kurz was hin, da bauen wir eine kleine Straße. So. Haben wir schon mal zweimal Kupfer. Wie viel produziert denn so eine Kupfermine? Nur zwei Kupfer. Ist aber frech wenig. Das Spiel ist gespeichert. Hi, ist das Spiel besser als City Skyline? Äh, das kann man nicht so sagen. Besser oder schlechter, ey. Das ist einfach ein anderes Spiel, weil es hat viel mehr von Anno. Es hat viel mehr von Anno. So, dann haben wir schon mal vier Minen gebaut. Auch hier können wir auch Minen bauen. Blöde, da haben wir natürlich jetzt eine Farm gebaut. Okay, aber wir können nochmal hier in den Norden dann gehen. Hier rechts haben wir ja auch unsere Kupferader. Da, das gehört uns ja alles. Dann werden wir das mal ein bisschen erweitern. Dann baue ich erst mal die Straße in die Richtung, bitte. So. Forschungsmissionen abgeschlossen. Kupfer. Ach. Ach, aber jetzt habe ich die ganze Zeit Kupferminen gebaut. Das hat mich jetzt alles Stahlbeton gekostet. Ach du Schande, so viel Stahlbeton. Okay, gut. Ist auch in Ordnung. Wir schauen uns die Forschung auch gleich wieder an. Ähm. So. Wie viel haben wir jetzt gebaut? Drei. Ich glaube drei Kupferminen, oder? Das heißt, wir produzieren jetzt sechs Kupfer. Uff. Das reicht für eine Kupferschmelze, gefühlt. Wo baue ich die Kupferschmelze hin? Warte mal, ich muss hier wieder gucken, wie viel bis dahin geht das Kupfer. Ich merke mal das mal ungefähr bis hier. Hier. So, das müsste doch ungefähr hinkommen, oder? Ja, perfekt. So, das heißt, ich kann jetzt hier eine Spedition schon mal hinsetzen. Schöne städtische Spedition. Der Radius kann ruhig ein bisschen kleiner sein. Und dann bauen wir hier schon mal folgendes. Und zwar Kupfer. Eine kleine Kupferschmelze, bitte. Eine kleine Kupferschmelze. Und eine zweite kleine Kupferschmelze. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch eine Kupfermine. Dann müsste das mit dem Verhältnis passen. Wie viel Kohle haben wir denn jetzt? Haben wir denn genügend Kohle, dass das funktioniert? Kohle, Kohle, Kohle. Hier. Ja. Ich würde sagen, wir haben genügend Kohle. Wir brauchen noch ein Umspannwerk. Vielleicht mal ein großes. Wollen wir mal hier ein großes. Jojo, ich grüße dich. Ah, schön, dass du hier bist. Hallo. So, das müssen wir natürlich auch noch mal wieder verbinden. Mit Strommasten. Wenn ich die jetzt natürlich auch hoch packe, dann haben wir da unser Kupferfeld weggenommen, wisst ihr? Warte mal, hier sehe ich es ein bisschen. Hier kann ich es mir auch anschauen. Ja, da ist das perfekte Kupferfeld. Das geht eigentlich nicht. Mal überlegen, dann die Strommasten vielleicht hier mal hochziehen. Das könnte ich machen. Machen wir das mal. Also, Kupfermasten, äh, Strommapfer. So, hier hoch. Dann wird jetzt hier mal der Weg gekreuzt, nenne ich es mal. Ich will halt jetzt nicht so weit den Wald kreuzen, weil da ist ja... Ja, stimmt, das ist eigentlich alles jetzt hier Holzfällerbetrieb und jetzt machen wir das ganze Holz schon wieder zunichte. Das ist nicht so clever. Aber gut, so ist das jetzt mal. So. Strommasten haben wir gebaut. Und es fehlt natürlich vor allem Kupfer. Ich hoffe, die bringen da unten das Kupfer hin. Es fehlt auch an, äh, Feuerwehr. Rechte hier eine kleine Feuerwehr auch. Ja. Ah, das war jetzt doch nicht so schlau, dass ich die genau an der Straße baue. Mh, das war nicht so schlau. Haben wir jetzt hier schon ein Feuer irgendwo? Ach, schön, die Spedition. Direkt zerstört. Kann ich die wieder aufbauen, direkt? Gibt's keinen Knopf dafür. Das Spiel ist gespeichert. Ich würde die gerne wieder aufbauen, aber das geht nicht. Also... Bauen wir nochmal eine neue Spedition. Und dann machen wir das jetzt auch nochmal korrekt. Dass das auch Sinn macht. So, bitte. Dann reiße ich nämlich gleich das einmal ab. So. Perfekt. Wir brauchen noch den Wasseranschluss. Jetzt sollte das ganz gut funktionieren. Jetzt bauen wir auch hier noch eine Kupfermine hin. Sehr gut. So, das sollte erstmal reichen. Jetzt brauchen wir eh wieder mal neue Einwohner. Wo wir könnten mal eine Investorenzone bauen. Sind wir richtig fancy unterwegs. Bauen wir jetzt hier mal eine Investorenzone hin. Danach noch ein paar Managerzonen. Highrise, die erste Wohngebäude Stufe 5 wurden errichtet. Die werden hier gerade gebaut, ja. Investoren, die höchste Stufe. Die richtig reichen Geldsäcke. Wobei der Rest, naja. Vor allem hier das Thema Freizeit könnte hier besser sein. Und Schule. Deswegen bauen wir doch da mal ein bisschen was. Zu den Themen, zu den Themen. Oh, eine Universität. Pette, danke für dein Prime-Abo. Moin. Nee, wir bauen immer noch einen Weltraumbahnhof. Es ist ein großes Thema. So, jetzt ist die Frage. Thema Universität. Ich glaube, wir bauen hier einfach noch ein Gymnasium. Und aber die Universität könnten wir im Süden bauen. Oh, komm schon. Jetzt dachte ich, ich habe da extra Platz gelassen. Aber es passt ganz knapp wieder nicht hin. Für was lasse ich denn Platz, wenn das nicht reinpasst? Ja, hier unten würde es wieder reinpassen. Aber vielleicht reiße ich da einfach ein kleines bisschen was ab. Bin ich so fies und reiße hier so ein Wohnhaus einfach ab, wo ganz viele Menschen leben, um da was hinzubauen? Ja, wir sind so fies. Wir sind so richtig fies. Entschuldigung. Aber der Fortschritt kommt. Und eine riesige Universität. Dafür bauen wir neue Wohnhäuser. Und zwar gleich Investoren hier rein. Etwas enger. So. Hier. Jetzt können sich doch alles freuen. Und jetzt haben wir die Stationen abgeschlossen. Perfekt. Jetzt haben wir eine Universität. Nö, die Straße wollte ich jetzt nicht entfernen. Der Verkehr muss ja funktionieren, nicht wahr? So, irgendwo fehlt immer noch Wasser. Da hinten. Wasser. Irgendein Gebäude brennt. Oh, ich habe mal hier ein Solarkraftwerk nicht auf dem Schirm. Dass wir da auch eine Feuerwehr bräuchten. Eine Polizei wäre wahrscheinlich auch hier mal wieder gut. Brauchen wir hier sogar eine mittelgroße Polizei. Der Central Park. Das sind unsere Getreidefelder daneben. Das ist der Central Park. Ja, hier brauchen wir auch wieder ein Wassernetz. Das ist immer mit so viel Arbeit noch verbunden. So. Sonst klaut noch jemand den Solarstrom. Genau. Da brauche ich einen Polizisten. Genau. Verdammt. Ich wollte... Ach ja, Freizeit. Freizeit wollte ich da oben noch was bauen. Oh, da können wir große Sachen bauen. Stadion oder... Ja, ein Stadion. Ein Stadion ist doch Premium. Das passt doch bestimmt da rein. Ein schönes Stadion. Einverstanden. Kommt da mal ein Stadion hin. Das hat nicht mal die große Stadt im Süden, das Stadion. Möchte ich anmerken. Hey, wir haben scheinbar mal wieder Möbel und Kleidung abgeschlossen. Aber dafür fehlen jetzt wieder Spielzeuge. Spielzeugfabrik. Dafür brauchen wir wieder mehr Holz. Vielleicht können wir Holz auch ein bisschen kaufen. Das Spiel ist gespeichert. Es fehlen halt allgemein einfach Arbeitskräfte. Hier mal eine Spielzeugfabrik noch hin. Es fehlt an Arbeitskräften, Freunde. Es fehlt an Arbeitskräften, Freunde. Weil wir es können. Hä? Hat die nicht hier gerade noch hingepasst? Ich dachte, die hätte hier reingepasst. Die Frage ist, bauen wir hier den Süden auch noch mit Wohnhäusern aus? Dann passt sie ja hier hin. Ach, was soll's. Wir haben das Geld. Bauen wir eine Kathedrale. Sind die Leute zufrieden? Zwei neue Druckereien soll ich auch bauen. Ha, hier die Spedition ist doch noch nicht völlig am Laufen. Da können wir auch noch was bauen. Hier, zwei Druckereien. So. Oh, es fehlen richtig viele Büros. Baue ich doch noch ein paar Bürokomplexe. Bitte. Den Rest brauche ich immer wieder für Bauwerke. Hier, hier bauen wir noch Büros hin. Hier bräuchte ich aber fast mal eine Straße wieder. Eine Straße, die hier rüber führt, bitte. So. Dann bauen wir jetzt den Rest mal mit Bürokomplexen jetzt hier einfach dicht. So, so. Ressourcen fehlen, okay. Das müsste auf jeden Fall helfen. Wir brauchen 200.000 Investoren und auch noch mehr Manager. Ach, du Schande. Äh, die Frage war, habe ich genügend Holz oder will ich da was importieren? Ah, ne, genügend Holz habe ich jetzt. Möbel. Ah, Kleidung ist schon wieder nicht genug da. Habe ich denn genügend Wolle für die Kleidungsproduktion? Ah, ne, Wolle haben wir auch nicht mehr. Aber Wolle kann man doch bestimmt billiger importieren, oder? Wolle. Ja. Dann bauen wir noch so ein paar Textilwerke. Hier mal schön noch so ein paar Textilgebäude. So, Fabriken. Diese Wasserproduktion müssen wir auch wieder aufbauen. So, und wer ist außerhalb des Stromnetzes? Ach, come on! Ernsthaft? Dann setze ich dich eben woanders hin. So. Das klappt auch. Halli, hallöchen, liebe Lottie. Ich grüße dich. Schön, dass du reinschaust. Hallo. Willkommen in Nova Roma. Unsere schönen Stadt. Äh, an der ich jetzt schon, ich sag mal, zwölf Stunden Spielzeit, glaube ich, investiert habe. Mittlerweile über 200, ich wollte gerade sagen 19.000 Einwohner. Wieso, wieso ziehen da welche aus? Lottie, hast du was damit zu tun? Dass die Leute unglücklich sind, dass die Leute ausziehen. Was ist da los? Hm. Auf jeden Fall über 200.000 Einwohner. Das ist hier so ein bisschen unsere Hauptstadt. Hier hinten haben wir unsere kleine Nebenstadt. Da haben wir mittlerweile auch ein Stadion gebaut, wie man hier sehen kann. Da wird Tennis gespielt. Wir haben ein Tennisstadion gebaut. Okay. Ich dachte, das wäre ein anderes Stadion. Hier haben wir unsere Schwerindustrie, aber es fehlt an Arbeitsplätzen. Wir haben nicht genügend Arbeitskräfte. Das heißt, wir brauchen mehr Einwohner. Also Lottie, wenn du ein paar Leute kennst, die in eine schöne Stadt ziehen wollen. Ähm, Nova Roma ist jederzeit bereit, neue Leute aufzunehmen. Kommen sie ran, kommen sie ran. So. Da bauen wir ein paar neue Investorenviertel. Hier drüben haben wir unsere ganze Landwirtschaftsindustrie. Das hier ist zum Beispiel ein Getreidefeld. Da können wir auch mal ganz nah ran zoomen. Da haben wir gerade die Traktoren am Arbeiten und da drüben ist das Getreidefeld. So. Äh, wie weit bist du eigentlich bei One Piece gerade, liebe Lottie? Bei welcher Folge? Schön, schön. Ja, das hoffe ich doch. Das hoffe ich doch. Äh, oh ja. Wir haben die zwei Druckereien gebaut und bekommen 360.000 Euro. Sehr schön. Wir haben auch 25 Millionen Euro. Ich würde sagen, ich haushalte als Bürgermeister sehr gut. Also unserer Finanzlage kann es nicht besser gehen. Warte mal, die Investoren. Ich habe doch hier unten auch Investoren. Oh Gott, das ist schon zu riesig. Irgendwo habe ich doch die Investoren gebaut. Sind das Investoren hier? Haha, Wohnungsturm Merz. Wieso habe ich das Gefühl, dass das eine Anspielung auf einen deutschen Politiker ist? Ähm. Ist das jetzt... Welche Stuhl? Mir wird jetzt nicht angezeigt, ist das jetzt ein Investor oder ein Manager? Hm. Weiß ich gerade nicht. Irgendwo haben wir doch welche gebaut. Ich weiß nicht mehr, wo wir Investorenviertel gebaut haben. Ich habe die ersten drei Folgen heute gesehen. Aber musste mich jetzt losreißen. Mache mich gerade fertig, weil ich tatsächlich gleich noch rausgehen muss in die Real Welt. Nein. In die reale Welt, du Arme. Da wünsche ich dir ganz viel Erfolg und Glück, dass du in der realen Welt... Dass du vor allem die reale Welt überstehst. Ja, drei Folgen. Okay, die ersten drei Folgen. Nicht schlecht. Ich bin mal gespannt, was du sagen wirst, wenn du alle acht Folgen gesehen hast. Vor allem, was Nami betrifft. Ich finde, die acht Folgen bieten eine sehr geile Handlung insgesamt und vor allem auch Charakterentwicklung. Wir haben hier mal wieder Müllprobleme, wie es scheint. Was ist da los? Eigentlich geht es den Leuten hier super. Außer das Müllproblem. Hm. Vielleicht noch mal eine städtische Müllabfuhr hier irgendwo hinbauen. Vielleicht mal hier noch hin. Bauen wir noch eine städtische Müllabfuhr hier hin. So. Ich weiß, schrecklich, aber ich bin zum Eis essen verabredet. Oh. Ja, man muss, glaube ich, die letzten schönen Tage mit schönem Wetter und Eis nochmal ausnutzen. Ich bin auch jemand, der sehr gerne Eis isst. Was ist denn so deine Lieblingssorte, Eis, liebe Lottie? Ich finde es auch cool, wie nah man hier einfach ranzoomen kann. Wie wir einfach die Leute sehen. Schau mal, hier ist sogar einfach ein Obst... Ist das ein Obststand? Was ist das? Das ist einfach nur ein Wohnhaus. Nur ein Wohnturm. Irgendwas haben die hier. Hättest mich mal vorwarnen sollen, dass der Cast von Zorro echt hot ist. Habe ich nicht erwartet. Nun. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass 90% der Männer oberkörperfrei herumlaufen. Oder wenigstens immer... Die haben in One Piece immer so ein Jackett an. Aber nur ein Jackett. Das heißt, das Jackett ist natürlich offen. Und der gesamte Körper, Oberkörper ist immer sichtbar bei den Männern in One Piece. Da haben wir jetzt mal eine Serie, die tatsächlich viel stärker... Männer freizügig zeigt als Frauen. Das ist ja auch mal eine Abwechslung. Das konnte ich wahrscheinlich nicht einschätzen. Ich muss gestehen, dass ich leider den Zorro-Charakter nicht als einen der interessanteren finde. Das ist so... Ja, den würde ich so im Mittelmaß einordnen. Ich bin eher so bei Nami und Ruffy unterwegs als coole Charaktere. Boah, bei uns gibt es so richtig geile Honig-Melonen-Eis. Das toppt keiner. Ah... Bin ich so der Fan von Honig-Melone, muss ich sagen. Schaut mal, hier ist die Kathedrale. Wie schön. Ich bin ja eher so ein klassischer Eisesser. Am liebsten Vanille-Eis und gerne auch mal ein Joghurt-Eis. Das sind so... Und bei uns hier, wo ich aufgewachsen bin, da gibt es die beste Eisdiele der Welt. Wenigstens was Vanille-Eis angeht. Ich will nicht urteilen für andere Eissorten. Aber wenn es um Vanille-Eis geht... Ich war schon in Schottland, ich war schon in Frankreich, in Bulgarien, in noch 20 andere Länder. Und vor allem war ich schon zweimal in Rom. Und trotzdem sage ich euch, hier bei mir in Franken, wo ich herkomme, da gibt es das beste Vanille-Eis der Welt. Die machen das so gut, das kann keiner toppen. Ich habe es überall probiert und überall wurde ich enttäuscht. So, wir brauchen noch mehr Büros. Nichts geht über Schwarzwälder Kirsch. Torte meinst du, Pette, oder? Torte? Ich muss gerade an diesen Meme, diesen Star-Wars-Meme denken von Anakin und Padme. Der wird doch so oft verwendet, mit diesem Blick. Beides. Aha! Wieder mit euren verrückten Sachen. So, noch ein paar Bürokomplexe. Bau ich jetzt einfach mal hier noch hin. Ich weiß gar nicht mehr, was wir hier... Ich glaube, das ist eigentlich eine Holzproduktion, die funktioniert jetzt nicht mehr, aber egal, was soll's. Bauern wir noch ein paar Bürokomplexe, so. Aber ich brauche wieder mehr, ähm, hier Stahlbeton. Wie sieht's eigentlich mit unserem Weltraumbahnhof aus, hier hinten? 70% von Stufe 2 von 3 abgeschlossen. Oh, die Kupferproduktion lässt aber auf sich warten. Was ist denn da los? Irgendwas funktioniert nicht. Was ist da... Ah, aber es fehlen einfach Arbeitskräfte, oder? Kann das sein? Ja, es fehlen 657 Mitarbeiter. Nun, okay. Na gut. Ich verstehe, dass das ein Problem darstellt. Die mangelnden Arbeitskräfte. Ich verstehe das. Ich höre euch und ich verstehe das. Ich baue einfach mal ein paar... Ein paar Ingenieure. Dann haben wir wieder ein paar mehr Arbeitskräfte vielleicht. So. Wir sollten auch die Straße hier nochmal ausbauen. In den Süden. So. Hier vielleicht mal eine 60er Straße durchbauen. So. Das Land muss erschlossen werden, Freunde. Das Land muss erschlossen werden. Hast du schon mal in Starfield reingeschaut, oder ist das eher nichts für dich? Ich bin ja ein großer Science-Fiction-Fan. Und Weltraum, auch in unserer heutigen Zeit, sage ich mal, interessiert mich auch extrem. Aber... Ich glaube trotzdem, dass sowas wie Starfield oder auch Baldur's Gate 3 einfach keine Spiele für mich sind. Das ist einfach nicht so mein Spiel. Das muss ich leider wen auch immer enttäuschen. Hm, das passt mir hier noch nicht so gut. Bauen wir das doch mal so ungefähr. So. So, wir können mal wieder ein paar Investoren, äh, Gebäude bauen. Bauen wir mal hier welche. Machen wir mal ein paar Manager-Gebäude hier. Und ein paar Ingenieure. So. Perfekt. Und wir haben irgendwo keinen Wasseranschluss. Das kann natürlich nicht sein. Als Bürgermeister habe ich eine Verantwortung, was den Wasseranschluss angeht. Perfekt. Perfekt. Jetzt haben die alle Wasseranschlüsse. Es fehlt... Es mangelt an Büchern. Oh, aber auch an Bier. Obst haben wir endlich mal genug. Und sogar Getreide. Es fehlt aber an Hopfen. Wollte ich nicht Hopfen einkaufen? Der war recht teuer, habe ich gesagt. Aber vielleicht... Ist es mir jetzt egal, dass er so teuer ist. Ich kaufe ihn jetzt trotzdem ein. Wisst ihr was? So nämlich. Es ist entschieden. Wird jetzt eingekauft. So nämlich. So nämlich. Es mangelt an Bier. Dreist. Ja. Das ist schon dreist, dass der Bürgermeister nicht seinen Hauptfokus auf die Bierproduktion legt. Ähm, ich stimme zu. Vielleicht könnte das meine Wiederwahl retten. Dass ich jetzt verspreche, dass wir mehr Bier produzieren. Das bedeutet, wir müssen noch mehr Brauereien bauen. Aber wohin? Langsam kriegen wir echt Platzprobleme. Ähm. Hm. Und das ist kurz vor dem Oktoberfest. Ne, wir sind doch schon mitten im Oktoberfest. Das läuft doch schon. Das ist nicht nur kurz davor. Das läuft schon. Völlig. Da unten bauen wir nochmal Bier hin. Vielleicht da hinten. Irgendwie. Hier. Brauchen wir hier nochmal kurz weiter. So. Genaue Hand. Seit gestern läuft das Oktoberfest. Ist das gestartet. Jetzt baue ich hier auch nochmal eine städtische Spedition. Und dann brauchen wir hier wahrscheinlich auch wieder eine Feuerwache, oder? Baue ich jetzt hier eine Feuerwache hin. Und gleich auch noch eine Polizeistation, bitte. Ist ja auch schon wieder riesig, diese Polizeistation. So. Die schönen Wälder werden jetzt hier auch zerstört. Das ist eigentlich auch nicht gut. Das ist aber echt schwierig. Da merkt man erstmal, wie schwierig es ist, realistische Kommunalpolitik zu machen. Man kann es halt nicht jedem recht machen. Man will einerseits die Wälder schützen, andererseits will man aber auch neue, ja, Gebiete bauen. Das ist, das ist knifflig. Das ist sehr knifflig. Oh, jetzt sinkt aber wieder unsere Getreide. Aber wobei, wir kaufen Getreide. Ne, Getreide wollten wir nicht einkaufen, weil es so teuer war. Hopfen haben wir jetzt dadurch wieder. Bierproduktion läuft. Wir brauchen noch mehr Kleider. Aber das Problem ist, es mangelt an Kleidung. Das ist auch nicht gut. Das ist auch nicht gut. So. Es mangelt aber auch an Arbeitskräften. Also müssen wir noch mehr Gebäude bauen, bitte. Wir bauen hier noch ein paar Investoren. Gebäude hier überall hin, bitte. So. Ich bin kein Bayer, deswegen ist es mir egal. Bei mir in der Nähe ist es am Laufen. Aber auch erst seit Freitag. Ach, du wohnst? Äh. Bei München ist es klapper. Das wusste ich gar nicht. Schau eine an, du bist ein Bayer. Wieso wusste ich das nicht? Oder wieso habe ich es vergessen? So, Wolkenkatzer Krämer. Denen geht es hier scheinbar sehr gut. Die sind recht zufrieden. Ah, jetzt sind sie nicht mehr zufrieden. Ja. Es mangelt tatsächlich so ein bisschen hier an der Polizei. Vielleicht ändern wir das mal. Mal so eine mittelgroße Polizeistation noch bauen. Aber das reicht auch nicht. Vielleicht mal so eine große, richtig schön große Polizeiwache. Einfach weil wir es können. Und weil Sicherheit sehr wichtig ist in unserer heutigen Zeit. Haben wir hier noch irgendwo einen Bauplatz, der nicht so... Oh ja, der ist doch perfekt. Jetzt baue ich hier auch nochmal eine große Polizeiwache. Das sollte hoffentlich... Alle hier unten auch begeistern. Was? Jede Stadt hat ihr eigenes Oktoberfest mittlerweile? Ne, ich wohne im Ruhrgebiet. Was? Was? Es gibt andere Oktoberfeste außer... In Bayern, in München? Was? Jetzt habt ihr aber tatsächlich... Also, was? Jetzt habt ihr mich sehr irritiert. Das ist ja mehr als komisch. Komisch und kurios. Sag ich da nur. So, ich baue hier noch mehr Büros. Noch so ein paar Investorenzonen. Oktoberfest für Gaius. Ja. So schaut es aus, nämlich. Das Oktoberfest. Oh, hier fehlt der Wasseranschluss. Ne. Was ist da los? Oh, die habe ich jetzt leider zu nah an... Irgendwas gebaut. Ah. An das Recyclingzentrum. Sogar in meinem Heimatdorf in Niedersachsen gibt es eins. Was? Ich dachte... Okay, da habe ich jetzt... Da war ich ja sehr weltfremd, was das angeht. Ich dachte wirklich, es gibt nur ein einziges Oktoberfest. Und das ist das ganz Klassische auf der Wiesn in München, in Bayern. Wirklich? Okay, das hat jetzt gerade mein Leben verändert. Dieser Stream. Ihr wart live dabei. Hat mein Leben verändert. Ähm, krass. Ne, das war mir tatsächlich nicht so bewusst. Hä, das ist doch... Aber das ist doch nicht nah an der verpesteten Luft, oder? Also... Die sollen sich mal nicht so haben hier. So was. Unfassbar. Wie sieht denn hier die Eisenproduktion aus? Oh, verdammt. Das war jetzt ein bisschen unnötig, dass ich das da reingebaut habe, aber egal. Also die Wiesn bei mir sind ein altes Flughafengelände. Das ist ja... Das hat meine ganzen Grundfesten, meiner Überzeugung und Weltvorstellungen gerade erschüttert. Danke dafür. Also ich kenne sowohl in Rheinland-Pfalz als auch am Niederrhein. Das ist ja krass. So, wie ist jetzt hier die Luftverschmutzung? Luftverschmutzung ist zu hoch. Warte mal, wir haben doch eine schöne Karte für Luftverschmutzung, oder? Hier. Ah, ja, okay. Ja, ja. Ja, das ist natürlich nicht so toll hier. Ich stimme zu. Das große Recyclingcenter. Kann ich das noch woanders hinsetzen noch, vielleicht? Den Leuten hier ist es egal, wo es herkommt. Hauptsache, die können saufen. Nun. Okay. Ja. Setzen wir das mal da drüben hin. Das Recyclingcenter. Das ist gespeichert. Und die Müllabfuhr macht aber keine Abgase, ne? Was ist denn das, was hier vor allem noch Abgase macht? Köhlerei. Die Köhlerei Dietz. Oh ja, die Köhlerei macht richtig. Oh ja. Die Köhlerei, die müssen wir woanders hinpacken. Also, das geht ja gar nicht mit der Köhlerei hier. Das ist ja Luftverschmutzung hoch. Zehn. Gut, dass wir das einfach so versetzen können. Das könnte hier einiges helfen, tatsächlich. Wenn das in der echten Welt auch so ginge, dass wir ein Gebäude einfach versetzen könnten. Das wäre doch was. Es gibt nur ein Oktoberfest, der Rest sind billige Kopien, schreibt Hellhound Raider. Ich habe gestern ein Video gesehen, als die Wiesen losgingen, also in München, das Oktoberfest. Und da sind ja irgendwie am Anfang so Sicherheitskräfte, die halten die Massen erstmal kurz zurück und dann lassen sie sie losrennen. Und dann rennen alle aufs Feld, um die besten Plätze zu bekommen. Das ist auch der Wahnsinn. Das ist auch der Wahnsinn. Hier ist auch nochmal ein kleines Recyclingcenter. Auch das werde ich nochmal ein bisschen verlegen. Alles einfach zum Fluss. Die ganzen Abgase können zum Fluss fließen. So, jetzt ist es doch hoffentlich ein bisschen angenehmer hier, oder? Irgendwas ist hier immer noch sehr luftverschmutzungstechnisch stark. Papierfabrik. Kleines Recyclingcenter. Hier haben wir auch wieder eins. Ah ja, mehr kann ich da jetzt nicht machen, aber dann dürfen wir nicht da runter bauen, sonst ist das tatsächlich ein Problem. Jetzt brauchen wir hier wieder einen Wasseranschluss. Ey, wirklich, dieses winzige Feld hat keinen Wasseranschluss. Jetzt muss ich dafür extra wieder eine Wasserleitung legen. Übrigens gleich mal großes, oder großes nicht, aber gleich mal erstes Problem. Ich habe jetzt eine neue Wohnung. Ich bin gerade noch so dabei, Stück für Stück umzuziehen. Aber erst mal erstes Problem, die Klospülung funktioniert nicht mehr. Wie so auch immer, ich habe keine Ahnung. Ganz komisch. Ich hoffe sehr, dass sich das auflöst in Kürze. Das ist schon mal nicht der beste Start, sage ich mal. So, wie läuft denn jetzt hier der Weltraumhafen? Immer noch so wenig Kupfer. Was ist denn mit der Kupferproduktion? Ich brauche einfach noch mehr Einwohner. Freunde, wir brauchen noch mehr Einwohner. Dann baue ich vielleicht die Investoren mal eher so hier mittig noch rein. So. Hier irgendwie. Ein paar Manager dazu. Sollten die sich eigentlich wohlfühlen. Billig würde ich die nicht nennen, die Biere sind viel zu überteuert. Ja, wie viel soll eine Maß kosten? 14 oder 15 Euro? Auf der Wiesn? So. Was haben wir denn hier wieder für den Auftrag? Drei Getreidefarmen soll ich bauen. Das. Einverstanden. Knapp unter 14, ja. Wir könnten mal wieder ein Feld kaufen. Vielleicht hier unten runter und dann noch so ein paar Getreidefarmen bauen. Schauen wir mal ganz kurz. Wir haben ja das Geld, um wieder weitere Felder zu kaufen. Wobei ich ja auch überlegt hatte, die Stadt noch weiter nach Osten hier zu erweitern vielleicht. Aber ich würde das hier mal kaufen wollen. Ah, für schlappige 15 Millionen Euro. Wird gekauft. Jawohl. Ja, mei. Hier sind ja nur ein paar Peanuts. Das Land wird direkt erschlossen. Mit einer 100 kmh schnellen Straße. Hier bitte. Zack. Das ist die neue Autobahn. Wobei wir könnten auch mal so eine riesige bauen. Das Problem ist, die kann ich hier nicht starten, oder? Oh, doch. Wollen wir mal so eine 14-spurige Straße bauen. Einfach nur, weil wir es können. Einfach nur, weil wir es können. Hier vielleicht so. Hier. So rüber. Schön gerade, bitte. Das ist die größte Straße, die wir bauen können. Alter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Insgesamt 14 Spuren, die hier dann drüber rasen können. Ich bin mal gespannt, ob das überhaupt genutzt wird. Ja. Aber das ist schon mal die klare Grenzlinie. Hier bauen wir noch weiter die Stadt vielleicht. Und hier rechts können wir aber noch Felder bauen, bitte. Wo ist der Akte Triumph? Schauen wir mal, wo und wann wir den bauen. Wollen wir es hier mal... Ich weiß nicht, ob so eine nationale Spedition wirklich Sinn macht. Ich baue ja immer eher mehr kleinere Speditionen. Ja, komm, ich mache keine Nation... Nee. Wir bleiben mal bei dem kleineren Zeug. So. Hier was hin gleich. Hier was hin. Machen wir das gleich ein bisschen kleiner. Das Spiel ist gespeichert. Das Spiel ist gespeichert. Vielen Dank für diese wunderbare Information. Und jetzt folgen die Nachrichten. 250.000 Einwohner werden in kurze Innovaroma errichtet. Er... reicht. Über 10 Millionen Euro umfasst der Staatssäckel. Was alle sehr glücklich und dankbar macht. Ist das nicht schön? Wie bauen wir die Weizenfelder? Können wir die so lang ziehen? Probieren wir es. Ein großes, langes Weizenfeld vielleicht. Kriegen wir das hin? Kriegen wir hin. Schön. Dann bauen wir doch gleich noch ein paar davon. Hier runter noch eins. Und hier rüber noch eins. So. Dann haben wir doch die drei neuen Weizenfelder gebaut. Wie es gewünscht wurde. Wahrscheinlich muss ich jetzt aber das ganze Land wieder erschließen mit Wasser. Richtig. Jawohl. So. Wasser haben wir. Und Strom müsste doch auch fehlen eigentlich, oder? Und vor allem eine Feuerwehr. Da brauche ich doch gleich mal eine mittelgroße Feuerwehr, oder? An die Autobahn ran. Eine mittelgroße Feuerwehr. Und eine Polizei auch. Und was ist mit Strom? Haben wir hier genügend Strom? Eigentlich nicht. Brauchen wir da keinen Strom? Naja, solange die erstmal sagen, wir brauchen keinen Strom, ist ja auch alles in Ordnung. So, die drei Getreidefarmen sind gerade noch im Aufbau. Wie ihr seht, werden sie hier gerade gebaut. Aber das Getreide wächst einfach schon mal. Tetheryscheib bei ihnen kostet die Mars 11,90. Ein Schnäppchen. Fauschungsmissionen abgeschlossen. So, wir kriegen 400.000 Euro, weil wir drei Getreidefarmen gebaut haben. Aha, wir brauchen also doch noch. Ja, habe ich es mir doch gedacht. Ein mittelgroßes Umspannwerk mal bitte. Das baue ich mal hier hin. Oh, das müssen wir natürlich wieder verbinden, die Strommasten. Äh, das müssen wir jetzt mal ganz kurz stadtplanerisch clever machen. Ja, wie bringe ich den Strom darüber, ohne zu viel Bauland wegzunehmen. Vielleicht hier oben entlang. Und hallo Tiduin, schön, dass du reinschaust. Hallöchen. So, machen wir das mal irgendwie so ein bisschen hier. Dann hier runter. Ja, so hier rüber. Hier entlang. Na, so, so. Können wir nämlich hier alles noch voll bauen. Nein, wir bauen keine Mauer. Hä, fehlt jetzt hier auch noch der Wasseranschluss? Den habe ich doch extra. Ach, da drüben habe ich ihn nicht hinzugefügt. Mein Fehler. Ich muss jetzt hier eh eigentlich das ganze Gebiet erschließen, deswegen könnte ich ja hier schon mal fleißig rüber bauen. Für die Wassermassen. So, wir hatten gesagt, wir bräuchten mehr... Das gibt's ja nicht wie viel. Wir können noch ein paar Manager-Zonen bauen. Aber uns fehlt einfach Stahlbeton vor allem. Vielleicht können wir noch ein bisschen mehr Stahlbeton produzieren. Und kleines Julchen raidet uns. Hallöchen, liebe Raider. Und vielen Dank für den Raid. Hallo. Kommen Sie rein. Nehmen Sie Platz in unserer riesigen Stadt. Wir brauchen eh neue Einwohner. Wir bauen gerade fleißig ganz, ganz viele neue Häuser. Für euch. Kommt. Und zieht nach Nova Roma. Hier in Highrise City. Hallo, hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Was habt ihr denn Schönes gemacht? Was habt ihr denn Schönes gemacht? Ist gerade noch einer meiner Moderatoren da und kann mal einen Shoutout an ein kleines Julchen geben. Sonst mache ich das einmal gleich. So, hier wird noch fleißig gebaut. Rimworld. Ah, der Klassiker. Der immer noch auf meiner Liste steht. Ich habe es immer noch nicht geschafft, damit zu starten. Aber es ist im Hinterkopf verankert. Ich will auch noch zu Rimworld kommen, meine lieben Zuschauer. Ja, die Zuschauer von kleines Julchen, die mich vielleicht nicht kennen. Ich bin Gaius. Bitte, einfach nur Gaius. Nicht diesen langen, vollständigen Namen. Der ist ja viel zu lang. Bei mir gibt es Strategiespiele aller Art. Also ich decke so die komplette Strategiespalte ab. Schöne, ruhige Aufbauspiele wie hier Highrise City, wie Anno, wie Manor Lords und so weiter. Fastest Frontier. Aber eben auch Grand Strategy a la Crusader Kings 3 mit sehr viel Roleplay. Victoria 3, Stellaris. Aktuell auch wieder sehr viel Europa Universalis 4. Also so die große Strategie. Auch die Rundenstrategie a la Civilization ist dabei und diese Art von Spielen. Total War natürlich. Echtzeitstrategie a la Age of Empires. Da wird bald wieder mehr kommen. Es wurden ja zum Beispiel für Age of Empires 4 zwei neue Völker angekündigt mit Byzans und Japan. Und ansonsten spiele ich ganz gerne Roleplay in Strategiespielen und verbinde das so ein bisschen. Organisiere gerne größere Streamer und Multiplayer-Events. Und dann noch tausend andere Spiele. Im Bereich Strategie. Damit ihr einfach mal einen groben Eindruck habt. Und ihr findet mich hier auch regelmäßig live auf Twitch. Und natürlich auch auf YouTube mit ganz vielen Videos. Ich bin ja ursprünglich von YouTube gekommen. Wauzis rufen. Ah, alles klar. Dann Dankeschön nochmal für deinen Raid. Und dir noch einen wunderschönen Sonntag. Kleines Julchen. Und genieß sie. T-Duin schreibt noch. Oha, Geil ist in Room World. Let's go. Ja, es ist geplant. Hallo Nachtspalter. Schön, dass du auch da bist. Äh, Blau King. Danke für deinen Follow. Willkommen, willkommen. Ja, und jetzt hole ich euch hier mal ab. Wir spielen hier High Rise City. Das kam vor kurzem in den Full Release. Vorher Early Access. Äh, High Rise City ist eine Mischung aus Anno und Sim City und City Skylines, könnte man sagen. Und mir macht's mega Spaß. Man fängt wirklich relativ ganz klein an und wir haben jetzt hier schon zwölf Stunden rein investiert. Wir haben jetzt schon eine Stadt mit 250.000 Einwohner. Also wirklich schon was Großes aufgebaut. Haben sogar so eine zweite Stadt hier schon gebaut. Und hier haben wir unsere Landwirtschaft. Wir bauen gerade nämlich noch die Landwirtschaft so ein bisschen aus. Und wir brauchen noch mehr Arbeitskräfte. Wir haben gerade das Problem, dass uns einfach Arbeitskräfte fehlen. Das heißt, es ist gut, dass ihr gekommen seid. Ich brauche nämlich mehr. Mehr von euch. Können vielleicht noch ein paar Ingenieure bauen oder so. Wir könnten allgemein hier mal noch eine Straße langziehen. Das fehlt mir hier gerade so ein bisschen. Irgendwie eine Straße da so hoch. So, dann bauen wir nämlich hier noch ein paar Ingenieure einfach hin. So. Dann dürfen da noch ein paar Leute wohnen. Hier auch. Ein paar Ingenieure noch. Dann dazu. Hier brauche ich auch eh nochmal eine Straße darunter. Kriegen wir das hin, dass dann die Straße hier... Na, das war nicht so schlau von mir. Einen Moment. Weißen wir mal kurz diese Straße wieder ab. Wir bauen hier noch eine 60 kmh Straße hier hin. Perfekt. Und jetzt können wir es nämlich miteinander verbinden. Wie arbeiten? Wollte nur gucken. Ja, es gibt hier aber schöne Arbeitsplätze. Und vor allem gibt es hier richtig schöne Straßen. Am Bahnhof. Und schaut mal, wie viele Menschen. Schaut mal, wie cool das ausschaut. Wir fahren hier gerade einfach mal durch unsere Stadt. Schaut mal, ist das da unten ein Maler? Da malt jemand andere. Ist ja spannend. Also eine wirklich große, schöne Stadt, würde ich sagen, Freunde. Genau, und unser Problem war gerade, dass wir so wenig Stahlbeton haben. Das reguliert uns gerade ziemlich stark. Und deswegen wollten wir mal gucken, dass wir wieder mehr Stahlbeton produzieren. Für Stahlbeton brauchen wir Stahl und Zement. Deswegen schauen wir mal kurz in das Lager oben rechts hier. Das sind die ganzen Sachen. Wie viel Stahl und wie viel Zement wir haben. Dafür muss ich das erstmal kurz finden. Stahl haben wir gar nichts. Ganz toll. Und Zement? Zement? Ach nee, das ist Beton. Entschuldigt. Beton haben wir sehr viel. Das heißt, wenn wir noch mehr Stahl produzieren würden, würde das wieder laufen. Das heißt, wir brauchen mehr Stahl. Und für mehr Stahl brauchen wir Eisen und Kohle. Eisen haben wir. Wie viel Kohle haben wir denn? Kohle haben wir auch. Das heißt, ich baue jetzt einfach noch ein paar große Stahlschmelzen. Vielleicht eine große Stahlschmelze. Vielleicht mal hier drüben. Ach, das habe ich natürlich clever gebaut. Nicht. Ich baue die jetzt trotzdem dahin und noch eine kleine Stahlschmelze. So, das müsste alles im Radius dieser Spedition eigentlich sein. Das Spiel ist gespeichert. Ja, perfekt. Dann gibt es hier auch bald wieder ein paar Arbeitsplätze für die Einwohner hier drüben. Ähm. Und dann brauchen wir aber natürlich auch nochmal Stahlbetonmanufaktur. Dafür baue ich vielleicht mal eine Straße noch hier hoch wieder. So eine 70er Straße. Ah, dann brauchen wir aber hier auch nochmal eine Straße. Kriegen wir die da vorbei? Ja, ungefähr so. So. Stahlbetonmanufaktur. Oh Gott, ist die riesig. Die passt einfach hier nirgendwo rein. Das ist ja traurig. So, ich mache mich jetzt auf den, ähm, auf in die reale Welt. Viel Spaß hier noch. Dankeschön. Schön, dass du reinhangen geschaut hast, Lotti. Und dir ganz viel Spaß beim Eis essen. Das wird sicherlich fantastisch. Wir bauen das jetzt einfach mal noch hier hin. Hi und bye. Ja, so schnell geht's. Tituin. So, wir können nochmal einen Warentransport machen. Dann seht ihr mal, wie das ausschaut. Ich kann nämlich auch einfach durch meine Stadt hier selbst fahren und cruisen. Und wir fahren auch über Rot, weil wir sind der Bürgermeister. Wir dürfen alles. Ich fahre auch auf der linken Fahrbahn, weil ich das kann und will. So, ups. Einmal die scharfe Kurve nehmen. Oh ja, das hat mal wieder sehr gut funktioniert. Man hört auch die Geräusche. Haben Lord und Lady eigentlich die Abenteuer von Miriam mitbekommen? War richtig cool gemacht. Von Miriam. Geiles. Das aus dem Miriam am Ende ein Mir wurde aus Versehen. Äh, ja. Habe ich mitbekommen. Ja, ja. Von ihr. Ich weiß schon. Äh, ja. Habe ich gelesen. Ich habe natürlich fleißig den Discord gelesen. Das in unserem, in unserer schönen Roleplay Stadt Brücken wacht. Ähm. Ganz tolles Roleplay betrieben wurde. Äh, ich hatte leider keine Zeit. Aber das, ich habe alles durchgelesen. Dass da auch sehr viel, äh, mit Pen & Paper Würfeln gespielt wurde. Und das hat alles, das war, das hat sich alles sehr cool angehört. Oh, da komme ich ja auf eine gute Idee. Jetzt ist Lottie wahrscheinlich leider schon weg. Aber man könnte natürlich auch einfach mal ein Pen & Paper spielen, was in dem Setting von Korborn und unserer, und Brückenwacht spielt. Das wäre natürlich auch mal spannend. Aber so wirklich halt, also ein ganz, also ein richtiges Pen & Paper. Nicht im Spiel. Das Spiel höchstens als irgendwie Motiv oder so. Puh, das wäre natürlich auch mal spannend. Oh, hier müssen wir abbiegen. Ein Moment. Upsala. Rein da. Wollte mich der LKW da gerade echt überholen? Ist aber frech. Ist aber frech. Oh, jetzt haben wir hier wieder diese kaputte Straße. Juhu. Wuhu. Und wir fahren bitte einmal weiter. Oh, ich muss da wieder hoch. Gas geben. Also es macht schon echt Spaß hier diese LKWs zu fahren, muss ich sagen. Wir fahren einfach mal auf der linken Fahrbahn, weil wir cool sind. So. Also, in diesem Spiel. Wichtiger Hinweis. Bitte beachte die Straßenverkehrsordnung im echten Leben. Hoffentlich transportierst du kein Porzellan. Ich transportiere acht Werkzeug. Kann man oben sehen. Halt, ich bin zu weit gefahren. Ich muss hier rüberfahren. Ach komm, wir fahren einfach mal kurz durchs Weizenfeld. So. Jetzt sind wir wieder auf der Straße. Leider nicht erneut null Spielzeuge. Ne, diesmal transportieren wir wirklich Werkzeuge. Ja, man glaubt es kaum. Acht Tonnen Werkzeuge. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Wieder zum Müllkippet. Das sehen wir ja gleich, wo wir die Waren hinbringen. Na, hier am Rinderhof bei Riding Bull wieder vorbei. So. Dann haben wir ihn kurz im Bild wieder gesehen. Ich fahre eiskalt über Rot, wie sich's gehört für den Bürgermeister hier. In High-Rise City. In Nova Roma. Und wenn wir nicht bald mehr Kupfer übrigens produzieren, dann wird das noch viel länger dauern mit dem Weltraumbahnhof. Ich hätte nicht gedacht, dass das echt so ein Langzeitprojekt ist. Also macht ja auch Sinn, dass das ein Langzeitprojekt ist. Ups. Wo fahre ich denn hier schon wieder rum? So, jetzt können wir hier mal Gas geben. Wir sind bei 100 kmh. 100 kmh! Auf dieser kleinen Straße. Das ist eigentlich nicht erlaubt. Egal. Upsala. Und wieder auf die Fahrbahn zurück. Gas geben. Ach, wir haben noch 1 Minute 50. Ach, da oben seh ich, wie lange Zeit ich hab. Ah. 1 Minute 47. Ich weiß natürlich nicht, wie weit es noch bis zum Ziel ist. Oh, ich dreh mich immer zu weit. Das ist nicht geplant. Ah, da ist ja schon das Ziel. Da ist ja schon das Ziel. Das Coole ist, wir können auch nach dem Ziel einfach ein bisschen weiterfahren. Falls es Spaß macht. So, erstmal haben wir es geschafft. Wir bekommen 410.000 Euro. Was ziemlich cool ist. Und jetzt müssen wir nicht mehr die Straßenverkehrsordnung hier von High-Ride City beachten. Jetzt fahre ich einfach mal überall durch. Juhu! Hier kommt der Bürgermeister und fährt mitten durchs Feld. Juhu! Yippie! 100 kmh! Und es geht noch weiter. Oh, ich bin außerhalb des Stadtgebiets. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Fahren wir mal bitte wieder zurück. Das ist, glaube ich, jetzt habe ich mich festgefahren. Nö, ich glaube, ich sollte mal kurz beenden. Nicht, dass ich das Spiel noch zum Absturz bringe. Spiel gespeichert. Okay. Es fehlen Büros. Na gut. Bauen wir mal ein paar neue Büros. So, hier werden noch ein paar Büros gebaut. Es fehlen aber immer noch Arbeitsplätze, Arbeitskräfte vor allem, weil wir wollten ja hier oben... Oh, schaut mal, die sind auch völlig ausgelastet. Völlig ausgelastet sind die. Brauchen wir oben mehr Einwohner. Brauchen wir einfach noch ein paar Ingenieure mal. So, hier mal ganz viele Ingenieure. Sehr schön. Aber hier ist eigentlich Holzfäller egal. Betrieb. So, wir warten ja immer noch auf mehr Stahlbeton, aber dafür brauchen wir insgesamt noch mehr Stahl, weil wir produzieren wir... Uns fehlt ja hier auch noch Stahl. Wobei, jetzt haben wir hier fast den gesamten Stahl. Wir haben schon das gesamte Glas. Und auch den Beton. Uns fehlt hier wirklich vor allem Kupfer. Okay. Machen wir mal wieder ein bisschen schneller hier. So, mal den Platz habe ich mir noch ausgeguckt. Also das wären doch noch schön hier Investorenzonen. Man könnte natürlich auch mal wieder einen kleinen Spielplatz oder sowas bauen. Es mangelt an Backwaren. Es mangelt an Backwaren. So was. Also wirklich. Wir haben kein Brot mehr. Wie konnte denn das passieren? Ah, jetzt haben wir so viel Bier. Wie viel Mehl haben wir? Oh, wir haben auch kein Mehl mehr. Getreide haben wir jetzt aber wieder, oder? Habe ich das richtig gesehen? Ne, Getreide. Ach Gott, wir haben kein Getreide, kein Mehl, kein Brot. Das heißt, wir dürfen eigentlich da unten auch nur noch Getreidefelder bauen, weil... ...brauchen wir einfach. So, zack. Zack. Und hier. Und hier. Und hier. So, das wird jetzt alles hier Getreide. Und wenn das nicht mal eine Getreideproduktion ist, Freunde, dann weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. So. Dann produzieren wir, wie viel... Ah, jetzt habe ich nicht aufgepasst, wie viel wir dadurch produzieren. 15. So. Das sind jetzt nochmal 60 Getreide, oder so. Können wir auch nochmal hier zweimal irgendwie... Ah, hier lasse ich mal ein bisschen Platz. Eins, zwei... Machen wir gleich drei Stück. Das heißt, dadurch bekommen wir 30 Mehl. Und dann können wir hier noch ein paar Bäcker theoretisch bauen. Eins, zwei. Drei, vier. Wie baue ich denn da jetzt eigentlich an die Strasse ran? Okay, so nicht. Ah, so auch wieder nicht. Aber so. So, und es fehlt natürlich mal wieder Wasser. Wie? Ah, natürlich fehlt genau hier das Wasser. So. Die Bewohner können nicht mal Kuchen essen, wenn das Brot alle isst. Ja, das geht natürlich nicht. Und hallo Frank, ich grüße dich. Aber, aber, aber... Wir brauchen wieder ein paar Büros. Ich kann ja auch mal hier ein paar Bürokomplexe hinsetzen. Hä, ich hab doch jetzt gerade Wasser. Ach, da unten brauch ich auch wieder Wasser. So. Ja, die kriegen nichts gebacken. Und ich brauche eigentlich wieder mehr Einwohner. Das ist ja noch unser größtes Problem. Ein paar Ingenieure irgendwie da hinbauen. Ich sollte hier mal wieder ein Verkehrskonzept entwickeln. Vielleicht ein paar Straßen. Spiel gespeichert. Sind das hier 70er? So. 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 Ah, dann bleibt zwar in der Mitte immer ein bisschen was frei, aber... Da kann ich alles perfekt machen. So, bauen wir hier mal noch ein paar Ingenieurgebäude hin. Beziehungsweise die erweitern wir hier mal drüben. Schön, viele Ingenieure jetzt hier mal hinsetzen. Zack. Brauchen Einwohner, 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 Einwohner. Wie glücklich sind die? Oh ja doch, die sind recht glücklich. Wobei, hier fehlt sogar Bildung, Kirche und... Och du Schande. Ah, dann mal einen Moment. Das kriegen wir aber in den Griff. Uns fehlt Bildung. Eine Universität habe ich doch... Habe ich hier nicht eine Universität gebaut? Ach, die habe ich in die Mitte, glaube ich, gesetzt. Dann muss ich da noch ein Gymnasium vielleicht mal rübersetzen. Setzen wir das doch erstmal hier hin, das Gymnasium. Und dann noch eine Kirche. Oh, mir fehlt sogar mal Eisen. Jetzt habe ich so viel gebaut, dass das ganze Eisen weggekommen ist. Oder ich baue noch eine Kathedrale vielleicht. Das Eisen kommt jetzt so schnell weg. Da müssen wir mal ein bisschen aufpassen. So. Brauchen wir eine Kathedrale dann gleich? Lohnt sich das noch? Das Problem ist... Der Radius ist nur so begrenzt wieder mal. Das ist so... Vielleicht baue ich lieber zwei Kirchen. Eine hier drüben und eine hier drüben. Wenn ich mal das Eisen wieder hätte. Ich glaube, das ist gar nicht so dumm. Könnten wir sogar hier auf der Seite bauen. Genau, wir bauen die Autobahnkathedrale. Wir bauen das an unsere Autobahnen ran. Das finde ich gar nicht so schlecht. Dafür fehlt mir nur mal wieder das Eisen. Jetzt haben wir es. Ja, hier würde es auch noch mal gut hinpassen. Dafür muss ich nur eine Straße da noch hinsetzen. Schaut mal, hier schön. Eine Kirche an dem See. Es mangelt ein Backwaren. Aber ich bin doch gerade dabei hier. Mehl. Hier, die produzieren noch Mehl. Achso, der kommt da nicht hinterher. Ich brauche noch eine... Spedition. Noch eine städtische Spedition gleich. Hinterher. Das müsste doch jetzt eigentlich funktionieren. Schauen wir mal. Obst sieht doch ganz in Ordnung. Oh Gott, wir produzieren wieder viel zu viel Müll. Holz haben wir sogar auch genug. Möbel, ja. Spielzeug fehlt. Spielzeug. Wir nehmen mal wieder ein bisschen Haltung an. Äh, Spielzeug. Das kostet Eisen und Holz. Und es fehlt Eisen für den Bau. Wo mangelt es denn an Wasser gerade? Oh, insgesamt. Große Wasserpumpe. Ich glaube, da brauchen wir einfach... Das können wir auch wieder einfach hier drüben hinsetzen, oder? Große Wasserpumpe. Ich weiß gar nicht, ob wir da... Spiel gespeichert. Diese großen Wasserpumpen finde ich 200.000 Wasser. Das ist wieder sehr solide. Damit kommen wir gut zurecht. Ah, hey, wir haben sogar mal wieder Arbeitslose. Das heißt doch, jetzt müsste die Bronze-Produktion eigentlich funktionieren. Ey, Bronze. Ist es Bronze oder ist es Kupfer? Das ist Kupfer, glaube ich. Also, wir haben sehr viel Kupfer-Erz, aber nicht genügend Kupfer. Aber wir haben auch genügend Kohle. Das heißt, das Problem liegt hier. Wir haben Massen an Kupfer. Das heißt, wir könnten eigentlich noch mehr Kupferschmelzen bauen. Also, bauen wir noch mehr... Halt hier. Gott, ist das mittlerweile kompliziert. Wir können auch schon Autos bauen, aber ich kam noch nicht dazu. Äh, wir bauen noch mehr von den... Ne, hier. Kleinen Kupferschmelzen, bitte. Jawohl. Bauen wir hier eine hin. Die Musik erinnert mich immer noch so ein bisschen an diese Kinderserie Momo. So. Das sollte hier wieder reichen, für das erste. Und es fehlen natürlich mal wieder Büros. Na, wer hat damit nicht gerechnet, dass da Büros fehlen? Die kosten auch wieder Eisen, ne? Und ich habe eigentlich kein Eisen. Ne, mir fehlt eine andere, was... Ah, doch, Eisen. Ah, schaut mal, die kosten natürlich kein Eisen. Das heißt, wir bauen einfach da mal drei. So. Wir haben wieder eine Aufgabe. Zwei neue Getreide farmen. Ja, da bin ich eh schon dabei. Da unten noch mehr Getreidefarmen zu bauen, so. Ich habe immer noch nicht genügend Getreide und Mehl. Brot läuft wieder. Hier oben fehlt Strom. Bauen wir noch ein großes Umspannwerk, oder? Hier in den Norden noch vielleicht. So, an die Nordgrenze. Ich weiß nicht, ob wir darüber noch... Ich weiß halt nicht, ob ich mir das da rechts holen werde, oder nicht. Hm. Lieber noch in den Norden, glaube ich. So, mit Strom ist das Ganze verbunden, aber eine Straße brauchen wir noch. So, eine schöne Hunderterstraße. So. Hallo. PM Martin. Lohnt sich das Spiel? Kaufempfehlung. Also, mir macht es mega Spaß. Das ist jetzt... Ich spiele jetzt schon... Äh, wie viel... Warte mal, wie lange... Ich spiele schon über zwölf Stunden nur in dieser einen Partie hier. Es hat eine extreme Langzeitmotivation. Man will immer weiter vorankommen. Ich habe jetzt endlich Stufe 5 erreicht mit den Investoren. Das ganze Spiel ist wie Anno. Nur in der heutigen Zeit. Eine Mischung noch aus SimCity und CitySkylines. Mir macht es tatsächlich sehr viel Spaß, PM Martin. Ähm. Oh, uns fehlt schon wieder Strom. Das kann doch nicht wahr sein, Will. Uns fehlt schon wieder Strom. Ich würde gerne noch mehr Müllkraftwerke bauen. Wir haben so viel Müll. Oh, jetzt brauche ich die vier Eisen wieder. Müllkraftwerke. Wo baue ich denn die eigentlich am besten hin? Oben rechts vielleicht. Ich glaube, ich baue die einfach mal hier dazu, diese Müllkraftwerke. Ich hoffe, dass der Müll da auch ankommt. Ich weiß ja nicht, das sind natürlich schon weite Strecken, die da gefahren werden müssen. Wieso ist eigentlich die Straße hier nicht miteinander verbunden? Was soll denn das? So. Sehr schön. Ähm. Genau. Kommen wir zurück. Strom. Müllkraftwerk. Jetzt fehlen mir wieder die Bauressourcen. Natürlich. Einige Müllkraftwerke produzieren keinen Strom mehr. So. Oh, schaut mal hier diese Allee auch mit den Bäumen. Ist auch sehr schön gemacht. Aber das braucht natürlich jetzt erstmal Müll, aber wir haben ja 200 Tonnen an Müll, oder? Spiel gespeichert. Ja, 5.000 fast. Ich würde gerne noch ein Müllkraftwerk bauen, dafür brauche ich mal wieder Eisen. Gebt mir bitte viel Eisen. Dankeschön. Passt das hier rein? Das ist eine Kollision, glaube ich, hier, oder? Nee, Kollision. Dann bauen wir da oben eben auch noch eins hin. Jetzt finden wir, wo landet das Eisen gerade? Im Stahlwerk wahrscheinlich. Dafür können wir endlich mal wieder ein paar Investoren einziehen lassen hier. Zack. Was doch sehr schön ist. Neue Investoren. Die neuen Produkte können wir noch gar nicht richtig alle produzieren. Bücher fehlen uns vor allem auch, Freunde. Bücher, Bücher, Bücher. Druckereien. Da brauche ich dann Papier. Wie viel Papier habe ich denn? Naja, 600. Ah ja, für die Druckerei brauchen wir natürlich auch wieder Eisen. Es fehlen immer noch Strom. Das ist die Gefahr, wenn man das Stromnetz so baut, wie ich das baue. Hier, wir bauen auch so ein paar Offshore-Teile. So. Sunny, ich grüße dich. Herzlich willkommen, danke für den Raid. Habt ihr auch wieder High-Ride City gespielt? Ah, Wasser ist immer noch dran. Wir könnten aber noch eine Solaranlage bauen. Ich meine, ich habe jetzt ja die Feuerwehr hier. Also eine Solaranlage passt da noch hin. Ich will halt keine Kohlekraftwerke oder so. Ich bin da sehr... Klar. Ja, haben wir. Wie groß ist eure Stadt? Wir sind jetzt kurz vor den 300.000 Einwohnern. Du warst beim letzten Mal schon größer als ich. Deswegen bin ich mal gespannt, wie groß du mittlerweile bist. Außer du hast was Neues vielleicht begonnen. Äh, wo ist das Solarkraftwerk hier? Mittelgro... Ne, 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 nicht mittelgroß. Mittelgroß? Wo ist denn das Große? Haben wir noch kein Großes? Das war dann wohl doch schon immer mittelgroß. Ne. Ach, jetzt fehlt mir wieder Eisen. Oh, komm schon. Gib mir das Eisen. Nein. Die 2 Millionen habt ihr geknackt. Alter Schwede. Okay, das ist ja echt krass. Ich dachte, naja, wir sind jetzt bei den Investoren angekommen. 2 Millionen. Ich dachte, wir kommen so langsam mal zu einem Ziel, wo wir vielleicht dann bei 500 oder 600.000 vielleicht noch zu 1 Million kommen. Aber 2 Millionen ist ja krass. Hast du schon den Weltraum? Bahnhof? Den wollen wir ja heute bauen. Aber ich weiß nicht, ob wir das heute schaffen, um ehrlich zu sein. Tom West, ich grüße dich. Okay, zerreiß mir mit dem Eisen langsam mal. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Ja, Kupfer fehlt hier noch. Ganzes Stahlproduktion braucht das Eisen. Wisst ihr was? Ich kaufe mir jetzt erstmal wieder ein bisschen Eisen. Mir reicht das jetzt. Ach, nicht die Fischer. Wo sind denn hier meine? So, Handelsmenü öffnen. Ist wahrscheinlich super teuer. Puhuhu. 5000. Wir kaufen mal nur ein bisschen Eisen, bitte. 50. Weil 5000 ist schon wieder einiges. Aber wir haben ja 20 Millionen, also. Nicht so schlimm. Schön, dass ihr da seid. Zack. 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 So, aber warte mal. Ich wollte... Oh, es ist... Ja, da ist es schon wieder weg, das Eisen. Aha. Kein Umspannwerk in der Nähe. Das können wir aber ändern, das Thema mit dem Umspannwerk. Mittelgroßes Umspannwerk. Einige Müllkraftwerke produzieren keinen Strom mehr. Das sollte aber nicht so sein mit den Müllkraftwerken. So, jetzt verbinden wir das mal bitte miteinander. Sieht, du liest hier ganz viele tolle Leute, wie es scheint. So, das haben wir das Problem haben wir gelöst. Zwei Gebäude haben folgendes Problem. Müllkraftwerk produziert keinen Strom. Ja, okay. Die bekommen keinen Müll. Vermutlich, weil die ganzen Müllkraftwerke so weit weg sind, oder? Kann das nicht die Spedition irgendwie... ...hinbekommen, dass die dann trotzdem den Müll bekommen? Achso, ich soll diese zwei Getreidefarm noch bauen. Richtig. Ich glaube, hier passt noch eine schön hin. Eine weitere Getreidefarm, die uns natürlich Eisen kostet, was wir nicht haben. Okay, vielleicht wird es einfach mal Zeit, wieder mehr Eisen zu produzieren. Wie viel Eisenerz haben wir? Wo haben wir das Eisenerz? Wer ist dies als erstes? Ja, wir haben genügend Eisenerz. Und wie sieht es mit der Kohle aus? Kohle haben wir auch genug. Das heißt, wir wissen genau, was wir bauen sollen. Eine große Eisenschmelze, bitte. Habe ich hier irgendwo Platz dafür? Ja, hier. Warte mal, war hier noch Eisen? Nee. Kommt erstmal kein Eisenvorkommen. Dann baue ich da auch noch eine große Eisenschmelze dazu. So. Wir bekommen guys auch noch zu Rimworld. Achso, Sunny und Tom West sind auch im Rimworld-Universum unterwegs. Ich verstehe, ja, ja, bei Rimworld, wie gesagt, das ist noch in Planung. Wir könnten eigentlich mal wieder ein paar Sachen auch verkaufen, die ich gerade nicht auf dem Schirm habe, dass ich sie verkaufe. Warte mal, ich kaufe Ziegel ein, das will ich gar nicht. Also, wir verkaufen jetzt mal Werkzeuge. So, dass wir aber immer noch so 900 übrig haben. Wir verkaufen Bretter. Sollen wir damit nicht sehr viel verdienen. Wir verkaufen Dämmstoffe. Sollen wir damit auch eigentlich gar nichts verdienen. Und wir verkaufen die Teile. Ziegel. Perfekt. Schön. Aber wahrscheinlich sind die einfach zu weit weg von der Müllproduktion, oder? Bis da irgendwas Müll ankommt. Da muss ich sich vielleicht doch wieder näher ranbauen. Sonst wird das nichts. Bauen wir mal das hier irgendwie hier drüben vielleicht hin. Wir sollten hier mal eine Straße noch hinsetzen. Entfernung zu gering, wann man eine 50er Straße vielleicht. Warte mal, kann ich die 60er einfach länger bauen? So machen wir das mal. Achso, hier ist das kleine Solarkraftwerk. So, dann können wir doch hier das andere auch noch rübersetzen vielleicht. Das ist dann irgendwann auch gar nicht mehr so einfach, ne? Hier alles ordentlich zu machen. Meine Ansicht nach. So, mal gucken, ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob diese Spedition groß genug sein muss, dass sie auch das den Müll hierher transportiert. Aber da müsste ich sie ja schon wieder richtig groß machen. Vielleicht kann mir das ja Sunny, äh, sagen. So, wir müssen immer... Hä? Zwei Getreide farmen. Ach, ich hab die da noch nicht gebaut. Weil mir Eisen gefehlt hat. Und mir fehlt immer noch Eisen. Dieses Eisen-Problem macht... Okay, wisst ihr was? Mir reicht's jetzt. Ich hab so viel Geld. Auch wenn das richtig teuer ist. Ich kauf da jetzt nochmal Eisen. So, nämlich. Bis wir 290 haben. So. Mir reicht's jetzt. Ich will diese zwei Getreidefelder noch bauen. Mach's gut, Skapa. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß auch noch gar nicht. Ich muss mal überlegen, wann ich die nächsten Livestreams dann mache. Ich hab doch das eine Eisen. Hallo? Was fehlt mir denn jetzt gerade? Hier steht auch ein Eisen. Auf Lager. Hm. Baue ich hier noch einfach zwei Getreidefelder hin. Komm schon, wann kommt die Eisenlieferung mit dem Hafen? Wir brauchen das Eisen. Jetzt ist doch wieder was da. Jetzt haben wir die zwei Getreidefelder gebaut. Und gerade 200.000 ausgegeben, um Eisen zu importieren. So, das machen wir jetzt natürlich wieder weg. Sehr schön. Der Fonda. Ich grüße dich schon, dass du da bist. Die Stadt sieht echt toll aus. Ein großes Wow. Hallo in die Runde. Ja. Freut mich, dass sie dir gefällt, der Fonda. Wir arbeiten hart daran. Wir könnten jetzt mal wieder in die Forschung reingucken. Wir haben wieder ein paar Punkte übrig. So, hier hab ich jetzt schon fast alles freigeschaltet. Was gab's hier noch? Mieteinnahmen erhöhen sich um 10%. Heißt das jetzt, ich bekomme mehr Steuereinnahmen? Ich mach... Mach ich das? Effektivität von Gesetzen ist erhöht. Ja, ich hab halt kaum Gesetze verwendet. Was haben wir denn hier drüben noch? Transport. Maximum der Anzahl der Haltestellen die Linie. Ich seh noch keinen Grund, wieso ich Busstationen überhaupt bauen soll. Kann mir das mal einer erklären? Was ist der direkte Vorteil, den ich auch bemerke? Straßenunterhaltskosten betragen, mehr Brücken- und Tunnelunterhaltskosten. Weiß ich auch nicht, ob ich das brauche. Rasterbreite von Straßen wird um 1 erhöht. Rasterbreite. Oh, das ist gut. Doch. Das machen wir mal kurz mit der Rasterbreite. Das bedeutet nämlich, dass dann da die Reichweite 1 höher ist. Ich hab nur Recyclinghöfe gebaut, die brauchen Speditionen und Müllentzorger. Genau. Aber, muss der Müllentzorger dann direkt neben denen sein? Sunny? Oder reicht das, wenn der Müll im Lager ist? Nee, nenne ich das jetzt einfach mal. Weil das hat bei uns ja nicht funktioniert. So, Ressourcen. Hier, Lagerkapazität in den Industriestädten. Ähm, Reichweite von Holzfällern wird vergrößert. Das können wir mal machen. Wir haben ja eben ein bisschen Holzproblem. Lagerkapazität, von mir aus mach ich das auch mal. Produktivität aller Minen wird erhöht. Sehr schön, das machen wir auch. Äh. Oh, der Rohstoffverbrauch wird hier verringert von allen Industriegebäuden. Das ist auch wichtig. Das hole ich mir mal noch. Und reduziert die Produktion von Luftverschmutzung. Das ist doch auch wichtig für unsere nördliche Stadt. Oh, das war gerade eine coole Musik. So, wir brauchen noch Manager und Investoren, Freunde. Und auch mal wieder Büros, die uns fehlen. Ich baue einfach hier noch alles mit Büros voll. So, aber jetzt ist natürlich wieder gleich der Stahlbeton weg, um neue Häuser zu bauen. Das ist echt immer, man ist immer so reglementiert. Kann es sein, dass uns schon wieder wichtige Sachen fehlen. Fisch, Gemüse, Obst sieht eigentlich alles gut aus. Ja, Getreide, Mehl. Wir haben aber Brot. Brot haben wir. Nur Getreide und Mehl ist nicht so gut. Bier geht zurück. Fleisch geht noch, aber wird auch leider weniger. Gut, Gewürze kaufen wir immer regelmäßig ein. Möbel ist wieder rückläufig. Kleidung ist, äh, puh. Kleidung könnte noch ein bisschen besser sein. Kleidung und Bücher. Bauen wir noch eine Druckerei. Passt hier noch irgendwo was hin? Das Problem ist schon einfach alles zu eng hier. Da habe ich keine Spedition in der Nähe, ne? Ne, die habe ich hier, die nächste. Ha, vielleicht hier oben einfach noch hinbauen. In der Papierfabrik, in der Nähe, vielleicht sogar. So, und Kleidung hatten wir auch noch gesagt, der Textilfabrik noch. Brauchen wir hier mal die Straße entlang? War das in der 70er-Spiegel gespeichert? 70er-Straße, ja. Schön. Wasseranschluss nicht vergessen. Hä? Ah, ist weg. Es fehlen immer noch Büros. Ich habe doch gerade auch schon Massen an. Ich will jetzt erst noch ein paar Investoren hier bauen. Ein paar Manager noch dazu mischen. So, Glas haben wir auch direkt wieder weg. Wie sieht es jetzt eigentlich hier hinten aus? Weltraum Bahnhof. Oh ja, wir sind fast bei Stufe 2 fertig. Es fehlt halt Kupfer noch. Wie sieht denn so die Kupferproduktion aus? Ja, ich sage mal so, das Kupfererz wird verwendet. Kohle passt noch. In Reichweite. Hm, ja okay. Okay, ich habe jetzt natürlich alles teilweise kunterbunt gebaut. Also am Anfang schon, aber... Ja, ich habe ja so viele Müllabfuhren überall. Das Problem ist, ich kann ja nicht neben jeder Müllabfuhr den Recyclinghof bauen, weil der macht ja Luftverschmutzung. Wisst ihr, was ich meine? Das ist dann ein bisschen ein Problem. Hier könnte ich aber nochmal jemanden bauen. So ein Energiekraftwerk. So ein Müllkraftwerk, bitte. Und nicht nur ein Müllkraftwerk hier. Einige Müllkraftwerke produzieren keinen Strom mehr. Sondern auch Recycling-Send. Na nee, das brauchen wir nicht, sondern das kleinere hier. So. Dann brauchen wir aber noch eine Spedition, eine zweite. Dass die damit, äh, zurechtkommt. Kann ich hier eine winzige Straße reinbauen, eine 60er? Ja. Geil. So, dann bauen wir das einfach noch voll. Schau mal, wie der Müll hier hat die Müll... Alter, die Müll... Die Müller. Oh, wow. Das ist ja der Wahnsinn. So. Kriegen wir hier noch so einen Strom... Müllverbrennungsanlage hin? Nee. Aber dann machen wir doch noch aus Müll wieder... Holz. Einfach, weil wir es können. So. Dafür fehlen natürlich jetzt wieder Arbeitskräfte. Deswegen bauen wir auch wieder ein paar Investoren hier. Ein paar Manager-Zonen dazu. Dann fehlt uns schon wieder das Glas, dieses Mal. Ach ja, und es fehlen immer noch Büros. Ich vergaß. Dann brauchen wir hier noch ein paar Büros einfach dazu. Ressourcen fehlen wieder einmal. Na gut. Wir haben jetzt über 300.000 Einwohner. Da brauchen wir aber noch richtig viele Investoren hier. Wow. Schauen wir uns mal kurz hier unsere neue Stadt an, wie es ausschaut. Oh, wenn wir noch ein bisschen ins Süden gehen, dann wird es aber ein bisschen eng wieder. Gesundheitsvorsorge. Also Gesundheit brauchen wir gleich hier noch was im Süden. Oh, der Rest hier, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wo ist denn hier Dienstleistung? Oh, ne, einkaufen ist auch super. Eigentlich brauchen wir nur noch Gesundheit. Im Süden irgendwas. Krankenhaus. Ja, noch ein Krankenhaus einfach, oder? Brauchen wir hier noch ein Krankenhaus hin, dann sind alle zufrieden. Und es gibt noch ein paar Investoren, die hier leben können. Ein paar Manager. Perfekt. Man könnte meinen, dass das hier nur meine Stadt ist. Dann fährt man einfach mal hier hin und sieht meine richtige Stadt. Bald wachsen beide Städte so zusammen. Dann wird es eine riesen Metropole. Ich meine, wir sind ja schon in der Hauptstadt, muss man sagen. Das Spiel ist gespeichert. Das Spiel ist gespeichert und ich bin einmal kurz weg, liebe Zuschauer, und holen wir wieder was zu trinken. Wenn ihr eine Frage habt, wenn ihr was wissen wollt, dann sagt gerne Bescheid. Oder schreibt einfach mal Hallo in den Chat, so wie der Legat der Krone. Ich grüße dich. Schön, dass ihr da seid. Wie gesagt, nutzt gerne den Chat. Stellt mir eure Fragen, die ihr habt. Oder wenn ihr einfach mal so was schreiben wollt, check the Ripper, hallo, hallo. Dann nutzt die Chancen. Wenn ich gleich wieder da bin, dann lese ich gerne nochmal etwas detaillierter den Chat. In einer Minute bin ich wieder da. Bis gleich. Bis gleich. Vielen Dank. 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 Textilfabriken. Vielen Dank. Vielen Dank. Es ist auch gar nicht so dumm in der Hinsicht, weil die Aufträge sind ja nicht random. Die Aufträge schauen schon, was brauchst du und was wäre schlau zu bauen. Und man verliert hier schon irgendwann den Überblick. Deswegen finde ich das gar nicht so gut, das ist ja nicht so gut, das ist ja nicht so gut. Deswegen finde ich das gar nicht so dumm. Oh ja, wir haben wir, das ist ja nicht so gut. So, wie sieht es ja, ich will. an der ist mit der elektronik schon im zusammenhang richtig wir brauchen keine elektrogeräte sondern elektronik ok und wir brauchen was braucht denn das ich glaube quarts und kupfer das können wir doch machen quarts ist das haben wir in quarts aktuell übrig quarts kalkstein quarts wir haben mal wieder keinen quarts wo gibt's quarts ja da unten dann noch und da oben war noch quarts oder habe ich ja alles schon vollgebaut mit quarts richtig hier schon wieder die grenze wir könnten das feld da oben kaufen und dann noch ein bisschen quarts ausbauen das machen wir würde ich sagen wir haben genügend geld kaufen wir das zweite quarts feld hier oben für läppische 22 millionen sollen sich mal nicht so anstellen großgrundbesitzer kaufe viele stadtgebiete sehr schön pm martin zu schönen sonntag auch ich bin nun auch mal wieder high rise city zocken ja viel spaß dabei so jetzt bauen wir mal hier ups wird gespeichert okay ist gespeichert ich bin auch mega cool dass dieses baumenü immer weg geht wenn man da nicht drüber habe das ist auch echt clever gelöst muss ich einfach mal so sagen so ist das hier alles ist es auch ein sehr vielfältiges baumenü das finde ich auch gut so also wir brauchen jetzt hier noch mehr quarts eins hierhin hier noch eins hin ich muss immer daran denken dass da noch eine straße hinkommt irgendwie ich weiß noch nicht wie ich weiß noch nicht wie kollision mit dem quarts bruch okay dann reicht vielleicht eine hunderter straße kollision mit dem quarts okay dann bauen wir die 130er straße einfach mal hier hin dann machen wir aus der 130er eine hunderter oder gleich eine 70er ach das kann doch nicht sein kollision mit dem quarts bruch das ist doch lächerlich hier dann machen wir jetzt eine 60er da draus sowas so aber noch mehr quarts brüche erst bauen wir nutzen das natürlich voll aus dass wir hier noch 80 und 90 prozent bekommen können hier auch noch mal 80 so einmal komplett quarts bruch ausgenutzt bauen wir gleich ein mittelgroßes umspannwerk das kommt hierhin 130er straße baume auch da hoch und strom brauchen wir jetzt natürlich strom haben wir jetzt fehlt noch der wasser anschluss wasser wasser marsch wasser marsch so wasser anschluss haben wir auch jetzt brauchen wir natürlich arbeitskräfte die kann ich jetzt mal hier oben noch ein bisschen hin bauen manager noch ein paar ingenieure hier überall hier müssen wir mal die straße auch vielleicht noch irgendwie bauen so hier noch ein paar investoren rein warte mal welche ressourcen fehlen gerade keine ah doch 98 prozent oh feuer ja nein ich habe noch keine feuerwehr gebaut aha bitte wartet wartet schnell die feuerwehr bauen 1000 das ist hier schon wieder der quarts bruch zu nahe das gibt's doch nicht so eine polizei was das weiß auch noch nicht soри einen Quarzbruch, oder? Glaube ich. Ne? Hä? Was habe ich denn da gebaut, Freunde? Könnte man die Stimme abschalten? Äh, ich glaube schon, Legard. Kann mir jemand sagen, was ich genau hier gebaut hatte? Ich kann mich nicht erinnern. Das Spiel ist gespeichert. Irgendwas Wichtiges, bestimmt. Es hat bestimmt im Chat jemand aufgepasst, was ich da gebaut habe. Kann mir das jetzt sagen. So, an der Polizeistation auch gleich. Da war doch irgendwas, das war jetzt im Brand. Ich habe es jetzt nicht... Ah, verdammt. Wolkenkratzer Hansmann ist bereit zur Verbesserung. Welcher Wolkenkratzer Hansmann? Wir haben keinen Wolkenkratzer gebaut. So, aber kommen wir zurück zum Thema Quarz. Was wir jetzt halt noch brauchen, ist Kupfer. Ah, da ist die kleine Kupferschmelze. Mensch, das ist aber auch ein Zufall. Kollisionen, immer diese Kollisionen. Ich meine, was wir jetzt hier noch brauchen, ist die Spedition, oder? War das das? Hatten wir hier eine Spedition gehabt? Ich brauche auf jeden Fall hier eine. Und ich brauche hier oben auch eine. Gleich mal den Radius ordentlich verringern. So, und jetzt bauen wir schön, bitte. Ich hoffe, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Halbleiterwerke. Sind die überhaupt noch in der Zone drin? Ja. Halbleiterwerke. Achso, eins würde ich noch bauen wollen, vielleicht. Die Frage ist, wie viel Quarz wir zu produzieren dann gleich. Ja, Quarz geht schon ordentlich nach oben. Wie viel Kupfer haben wir denn jetzt? 326, das könnte aber auch ein bisschen mehr sein. Weil wir werden mehr Quarz brauchen, also das passt schon. So. Da fehlen uns jetzt natürlich sehr viele Arbeitskräfte, vermutlich. Und wir brauchen noch mal hier eine eigene Müllabfuhr. Müll. Städtische Müllabfuhr. Die kommt mal irgendwie hier drüben hin vielleicht. Dann machen wir hier wieder eine Entsorgungszone. So. Und dann baue ich jetzt hier aber gleich tatsächlich auch noch mal Strom. Ein Müllkraftwerk. Weit weg von den... Ja, da sind ja erstmal keine Bewohner. Müllkraftwerk. Einige Müllkraftwerke produzieren keinen Strom mehr. Ja, noch nicht. Oh, schau mal, direkt der Müll voll. Alles mit Müll voll. Krass. So ein paar kleine Recycling-Sachen baue ich hier auch. Der Müll wird aber auch erstmal woanders hin transportiert. Spannenderweise. Na gut, aber jetzt wird ja hier auch... Jetzt sollte hier bald auch... Elektronik geliefert werden. Und es fehlen natürlich mal wieder Büros. Büro. Bauen wir vielleicht hier ein paar Büros. Wieso nicht? Bauen wir mal hier noch was hin. Und nochmal extra große Müll-Entsorgungsbereiche. So, komm. Spiel speichern. Müll-Entsorgungszone. Verdammt. Ich brauche hier noch eine Straße. So, jetzt müsste ich hier nämlich noch mehr Entsorgungszone hinkommen können. Das wird hier so eine riesige Müll-Entsorgungszone. Ist der Plan. Dann macht auch das Müllkraftwerk hier Sinn. Nämlich. So, wir brauchen wieder ein paar Häuser. Ah, es fehlt an Ressourcen. So. Wir brauchen noch mehr Büros. Aber auch damit sieht es etwas eng aus. So. Ja, wie ist denn das? Ich weiß nicht, Sani, ob du noch da bist. Aber bei zwei Millionen Einwohnern nimmt da nicht die Performance langsam ab. Und das wird schwierig. 691 Büros. Ich weiß nicht, was ich mit dem Kratzer wollte, aber ich konnte da nicht viel ausbauen. Ich möchte mal wieder Stahlbeton. Wir haben nur noch 6 Millionen Euro. Boah, das ist nicht viel gerade. Das ist wirklich nicht viel. Ah, gut, dass wir... Ah, toll. 4 Stahlbeton-Manufakturen. Schaut, da sind wir wieder bei dem Punkt. Das Spiel sieht, was uns fehlt und schlägt vor, was wir bauen sollen und werden dann dafür noch belohnt. An sich ja ein schönes Spielprinzip. Aber 4 Stahlbeton-Manufakturen soll ich bauen. Das ist viel. Das kostet Stahl und Beton. Gott, wo habe ich denn da meine Produktion? Oh, ich weiß es nicht mehr. Wie finde ich denn das am besten? Stahl und Beton. Hier gibt es auf jeden Fall Eisen. Gibt es hier dann auch Stahl? Stahl. Stahl schmelzen. Da ist eine Stahlschmelze. Okay, wie viel Stahl haben wir aktuell? Ich glaube Stahl hatten wir eigentlich genug, oder? Nö. Eisen haben wir eigentlich ganz gut gerade wieder. Wir könnten nochmal eine Stahlschmelze bauen. Jetzt weiß ich nicht, ob wir dann einen Straßenzugang haben oder nicht, wenn ich ein Feld weg bin. Müssen wir mal kurz beobachten. Ich passe ja hier jetzt eigentlich auch nicht hin. Verdammt, kein Straßenzugang. Ja, dann können wir vergessen, dass wir dann einen Straßenzugang bekommen, oder? Ha, doch. Sehr gut. Glück gehabt. Das war eine komische Straße, aber das müsste doch jetzt gelten, oder? Hallo, das ist eine Straße. Hallo. 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 Jetzt. Hm, komisch. Äh, ja. Wo war ich stehen geblieben? Stahl. Wir produzieren noch mehr Stahl. Ich brauche jetzt einfach mal so eine nationale Spedition, auch wenn die teuer ist. Einfach mal völlig in die Mitte. Machen wir das einfach mal. Wir schauen mal, was passiert. Und, genau, wir müssen jetzt vier von diesen riesigen Stahl-Beton-Teilen bauen. Ich habe die, glaube ich, im Süden vor allem gebaut. Kann das sein? Richtig. Da kann ich bestimmt auch noch was hinbauen. Dann ist aber das Hinterland nicht mehr erschließbar, oder? Kriege ich dann eine Straße noch vorbei? Performance war noch okay, ich habe nichts Negatives gemerkt. Ah, okay. Ist doch schön zu hören. Ah, die 50er Straße ist nicht klein, aber... Nee. Äh, komme ich einfach vielleicht hier vorbei? Oh! Wo wir gerade von Performance-Problemen reden. Wir haben einen Spielabsturz, meine Damen und Herren. Den allerersten Spielabsturz in High-Rise City. Aber zum Glück speichert dieses Spiel wirklich oft. Und wir hatten ja gerade erst eine Speicherung. Also ist alles gut. Ähm... Ich starte das Spiel einmal neu. Bei 300.000 Einwunden. Aber das war doch jetzt schon ein bisschen komisch, oder? Ich frage nach der Spiel-Performance und plötzlich stürzt das Spiel ab. Da hat auch jemand die Fäden im Hintergrund gezogen, oder? Irgendwie... Irgendwie... Suspekt, sage ich da. Suspekt. Gehen wir mal bei Nova Roma wieder rein. Schauen wir da einfach mal, was so abgeht. Gucken wir mal, ob wir diesen Weltraumhafen heute nicht noch irgendwie zustande bekommen. Müssen wir mal schauen. Ja, das kann man wirklich verkraften, Goldschreibtisch. Auch nach so vielen Stunden. Ich habe jetzt wirklich 13 Stunden gespielt. Und jetzt mal ein Absturz ist nicht so problematisch. Jetzt weiß ich noch nicht, ob ich schon was gebaut hatte gerade oder nicht. Äh, hier oben wollte ich doch... Hatte ich da jetzt dieses Stahlwerk gebaut? Kleine Stahlschmelze. Jaja, die habe ich tatsächlich gebaut. Bei 2 Millionen nicht häufiger. Na, dann ist doch alles gut. Karma. Okay. So, aber ich wollte doch jetzt hier unten. Genau. Hier müssen wir jetzt diese Straße wieder bauen. Halt, diesmal baue ich es richtig. So. So. Und dann haben wir hier hinten noch ein Straßennetz. Und können da auch noch was bauen. Man muss schon manchmal auch schlau sein. Hä, aber unser Auftrag ist weg. Nein! Das waren 500.000. Die wir hätten bekommen sollen. Verdammt. Schade. Tequila. Danke für dein Follow. Herzlich willkommen in der Follow-Legion. Schön, dass du da bist. Na ja gut, ist nicht so schlimm. Ja gut, ist nicht so schlimm. Vielleicht kriegen wir den Auftrag ja nochmal. Also diese Lagerdinger sind auch schon wieder echt ausgereizt. Und ich habe die schon auf Minimal eingestellt von der Reichweite. Sollte ihre Qualität eigentlich erhöhen. Uns fehlen noch ein paar Büros. Wo fehlen die vor allem? Auch im Süden. Dann baue ich doch hier im Süden noch mal ein paar Büros hin. Hier so. So. Und noch ein paar Investorenhäuser. Ein paar Managementhäuser auch noch. So. Und jetzt müssen wir nochmal gucken. Wie läuft es denn jetzt beim Weltraumbahnhof hier hinten? Also ganz langsam startet jetzt die Produktion der Elektronik. Titan brauchen wir noch. Aber wir haben wieder einen Warentransport. Belohnung verbessert die Gebäudestufe Sägewerk. Aha. Fahren wir mal los. Wie viel Zeit haben wir? 2 Minuten 40. Okay, auf geht's. Auf geht die wilde Fahrt. So, an den Schafsfarmen vorbei, glaube ich. Vorwärts. Gas geben und rechts abbiegen, bitte. Danke schön. So, weiter geht's. Vorwärts. Mach. Da hinten ist auch das Ziel. Wir sehen es schon. Hinten rechts. Oh, da springen wir wahrscheinlich. Oh, yes. Oh, bremsen, bremsen. Oh Gott. Auf die Straße zurückfahren. Oh Gott. Und weiterfahren. Das war jetzt so ein bisschen halb gut. Rechts abbiegen, über die rote Ampel fahren. Wie das der Bürgermeister in High-Ride City so macht. Links abbiegen. Ich mag dieses kleine Minispiel. Ich finde das cool. Mir gefällt das hier. Auch so diese Straßenschilder. Das sind wirklich so europäische Straßenschilder. Muss ich mich einmal wirklich um mich selbst drehen? Das war doch jetzt unnötig, oder? So, jetzt bin ich aber irgendwo vorbeigefahren, auf jeden Fall. Da. Jetzt muss ich wahrscheinlich gleich mich rumdrehen, wetten. Ja. So, erstmal die Passanten alle mitnehmen. Weiter geht's. Wir haben nur noch eine Minute Zeit. Wir müssen uns jetzt ein bisschen ranhalten. Sonst schaffen wir das hier tatsächlich nicht mehr. Gas geben. Rechts hochfahren. Und weiterfahren. 40 Sekunden noch Zeit. Da vorne ist das Ziel. Ist das schon unser Ziel? Ich glaube, wir müssen erst noch woanders reinfahren, oder? Oh, ich glaube, wir müssen das neu starten, habe ich das Gefühl. Ich glaube nicht, dass wir das noch schaffen können. Wo müssen wir denn da jetzt hin? Darüber. Ah, mich haut's halt schon wieder einmal komplett rum. Noch 20 Sekunden Zeit. Wo ist das Ziel? Da vorne ist das Ziel. Oh Gott, schaffen wir das? Noch 10 Sekunden Zeit. Das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Neue Gebäude verfügbar. Ach, jetzt haben wir das Gebäude freigeschaltet durch die Mission. Sägewerk 2. Ach, das ist ja spannend. Ich meine, nicht, dass wir es jetzt bräuchten oder so, aber spannend. Und moin, Ted. Ich grüße dich. Hallo, Ted. Ich hoffe, du fährst nicht immer so. Nein. Nur in Highrise City. Aber wenn wir hier gerade mal unterwegs sind. Schaut mal, hier ist ein Supermarkt. Ist das ein Supermarkt? Gibt's sogar einen Spielplatz für Kinder. Schaut mal, wir sehen sogar das Innere des Supermarkts. So ein bisschen. Ich fahr einfach mal durch die Gebäude durch. Das ist unsere Möbelfabrik. Ups, da geht's jetzt aber tief runter. Ich glaub, da komm ich jetzt nicht mehr hoch. Wobei, die müssen doch auch irgendwie rauskommen, oder? Wo ist denn deren Zufahrt? Hier ist doch die Straße. Perfekt. Hier ist eine Recyclinganstalt. Feuerwehr. Oh, wir hatten die Straße hier schon wieder gebaut. Mein Gott. Fahren wir halt über den Gehsteig hoch. So, fahren wir doch mal hier auf die schöne große Straße und geben wir ordentlich Gas, oder? Was meint ihr? Schauen wir mal, wie viel wir aus dem LKW rausholen können. Ich geb Gas, ich geb Gas. Ja. Aber schön, er kommt immer wieder auf die Füße. Er ist wie ne Katze, dieser LKW. Hm. Ne, wir fahren uns mal hier entlang. Bekomm ich eigentlich, während ich fahre, weiterhin die Ressourcen? Ja, oder? Na, die Zeit läuft ja oben weiter. Perfekt. Oh, das ist auch eine spannende Kreuzung. Wuhu! Hat's mich auch einmal gleich wieder gerissen. So, wo fahren wir denn eigentlich hier gerade rum? In der Nähe von Weizenfeldern? Uiuiuiui. 30 kmh ist schon gar nicht so einfach hier. Aber wir fahren uns mal wieder ein bisschen kreuz die quer, würde ich vorschlagen. Einfach mal durchs Feld. Gas geben. Das zieht sich irgendwie voll nach rechts. Ich fahre hier gerade nur gerade aus. Dass ich hier so ne Kurve hab, verstehe ich nicht. Ich fahre einfach mal nur gerade aus. Und er fährt voll die Kurve, wenn ich gerade ausfahre. Ich bin nur auf der Pfeiltaste nach vorne gerade. Okay, das ist sehr spannend. Ich bleib mal dabei. Ich bleib jetzt mal nur auf der Pfeiltaste nach vorne. Wir schauen einfach mal, wo wir hin landen. Und wie schnell wir werden. Wir sind jetzt bei 80 kmh. Und, und, ja. Damit hat es uns schon wieder zusammengerissen. Wenn man nicht auf der Straße bleibt, dann, joa. Passieren solche Sachen wie hier. Wir fahren da mitten durch die Schafe durch. Über die Straße hinweg. Kommen wieder bei einer Riding Bull Farm heraus. Fahren hier wieder drauf. Würden fast auf die Straße kommen. Aber der LKW entscheidet sich dagegen. Er fährt lieber wieder eine Rechtskurve. Wir sind bei 100 kmh. Wir haben die 100 kmh erreicht. Und wir fahren immer noch. Wir fahren immer noch schneller. Aber jetzt verlangsamen wir uns. Jetzt reißt es, jetzt reißt es. Jetzt hat es uns wieder rumgerissen. Naja, jetzt reißt es mal wieder. So. Spiel gespeichert. Spiel gespeichert. Danke. Okay. So. Ach ja, Titan. Da war doch was. Oh, ich glaube, Titan muss ich erst noch freischalten. Kann das sein? Dass wir noch gar keinen Titan haben? Oh, nein! Muss ich Titan noch freischalten? Ich glaube, ja. Wie läuft denn das Halbleiterwerk da hinten eigentlich? Ich glaube, weil da Arbeitskräfte fehlen. Ah, okay. Wir brauchen erst mal mehr Arbeitskräfte. Mehr Investoren, Freunde. Mehr Investoren hier. Aber es fehlen mal wieder die Ressourcen. Und wir haben aber auch nicht mehr so viel Geld. Auf einmal haben wir nicht mehr so Massen an Geld wie sonst. Also wir müssen wahrscheinlich in die nächste Stufe erreichen, oder? Metropole. Startgebiet wählbar. Oh, in Zukunft werden wir dann neu. Das ist halt auch cool, wenn man jetzt hier einfach immer weiter baut. Dass man dann auch so Boni bekommt, wenn man dann neu anfängt irgendwann. Wenn ich neue Stadt gründe, dann kann man sogar sein Startgebiet wählen. Sowas ist ja auch mega wichtig. Dann bekommen wir ein Atomkraftwerk. Große Kupferschmelze. Da kommt die Titanenmine. Also wir müssen tatsächlich erst noch, oha, die nächste Stufe erreichen. Dafür brauchen wir halt Massen an Stahlbeton eigentlich. Stahlbeton braucht Stahl. Und wir haben keinen Stahl. Wieso haben wir keinen Stahl? Wo wandert denn der ganze Stahl bitte hin? Wo? Wandert der ganze Stahl hin? Ja, baue ich den jetzt hier wirklich? Ja gut, der macht ja glaube ich keine Verschmutzung, oder? Sonst würde das doch hier stehen, wenn der Umweltverschmutzung macht. Nur Müll. Baue ich den mal noch hier hin. Baue ich den mal noch hier hin. Kohle. Ne, ist eigentlich Eisen. Also eigentlich ist das wirklich hier oben die Produktion, die uns da fehlt. Bauen wir es mal noch hier dazu. Das lässt sich mal wieder nicht verbinden hier ordentlich. Straße zu klein, natürlich. Dann bauen wir es eben so. Koh... Sura... Ne, Koh-Su-Rua. Koh-Su-Rua. Danke für deinen Follow. Herzlich willkommen. So, und hier baue ich noch eine Spedition. Weil es notwendig ist. Die Frage ist, kann ich ein bisschen Stahlbeton mal einkaufen, oder ist das halt... Das ist wahrscheinlich absurd teuer, oder? So Stahlbeton. Der ist richtig teuer, glaube ich. Hoho, 18.000. Ja, ne, das kannst du vergessen. Den... Boah, 18.000. Für eine Tonne. Für eine Tonne. Das heißt, für 10 Tonnen zahle ich gleich mal 180.000. Für 100 Tonnen 1,8 Millionen. Ah... Ne. Ich frage jetzt, ob wir noch was verkaufen können, was wir irgendwie gerade recht in hohen Maßen haben. Mh... Brot. Verkaufen wir schon Brot und Holz? Brot. Ich verkaufe mal ein bisschen Borrowed. Sollten wir auch ganz gutes Geld verdienen und... Was war das gerade noch? Quarz. Quarz. Quarz, was haben wir denn da noch gebraucht? Quarz. Ist das Quarz? Ja. So, uns fehlt irgendwo der Wasseranschluss. Ist mal wieder knapp nicht erfasst. Jetzt schon. Das fehlen mal wieder Massen an Büros. Was fehlt mir denn da jetzt wieder? Glas? Kann das sein? Ich glaube, mir fehlt Glas. Spiel gespeichert. Oh, immer diese Glas-Sachen. So. Gut. Büros werden gebaut. Stahl sollte bald auch wieder mehr vorhanden sein. Damit auch mehr Stahlbeton. Aber wie läuft es denn jetzt hier bei unseren neuen Quarzbrüchen? Halt weiter im Norden. Hier oben. Ja, hier fehlen einfach die Arbeitskräfte, ne? Unser Hauptproblem, dass die Arbeitskräfte fehlen. Und ohne Glas kriegen wir auch nichts Neues. Wir haben jetzt aber auch gerade wieder sehr viel Minus gemacht. Warte mal. Irgendwas, was ich kaufe, ist schon sehr teuer. Ja, der Hopfen wahrscheinlich, oder? Aber durch das, was ich verkaufe, müsste ich doch eigentlich mehr Geld verdienen können. Ah ja, jetzt machen wir wieder Plus. Hm. Ach, wieso bin ich eigentlich nicht auf Speed 3 gerade? Was soll denn das? Wie einfach 3000 Büros fehlen. 3000. Papierfabriksstufe 2. Wenn ich zwei neue Möbelfabriken baue, das machen wir doch. Zwei neue Möbelfabriken, bitte. Oh, die könnte ich ja... Hier mal noch dazu bauen. Passt hier eine Straße durch? Hat jemand von euch eigentlich auch One Piece, die Realserie gesehen? Aufgabe abschließen. Neue Gebäude verfügbar. Papier. Fehlt uns ein Papier. Ah, uns fehlen schon wieder Möbel tatsächlich. Ah, uns fehlt Papier und, äh... Warte mal. Ist hier was cool wäre, wenn ich da drüber havere und dann meine Gebäude dazu sehen könnte. Aber das ist, glaube ich, leider nicht der Fall. Ist hier noch, wo ich meine Papier... Textilien, Bäcker, Mühle... Wo habe ich denn meine Papierprodukte mal... Oder meine Papierproduktion gehabt? Schafsfarm... Textilien, Recycling, Kohlemine... Oh, wenn ich jetzt wieder wüsste. Recycling... Brauerei, Brauerei... Das waren schon die Kupferschmelzen... Fleischerei... Bäckerei... Waren denn meine Bücherfabriken? Die waren doch auch, dachte ich, irgendwo hier... Ich dachte, ich habe die irgendwo mal hier oben hin. Schafsfarm... Schafsfarm... Ach, verflixt... Dann bauen wir eben was Neues, so... Ist mir egal... Ah, hier habe ich eine Druckerei hingebaut... Hä, aber die kann... Ich dachte, ich kann die jetzt auf Stufe 3 setz... Äh, auf die höhere Stufe bauen... Papierfabrik... Achso, die Papierfabrik... Es geht ja um die Papierfabrik... Hier ist die Papierfabrik... Baue ich mal auf nächste Stufe aus... Guten Abend, Lord Jarek... Guten Abend, um 16.46 Uhr... Würde ich noch nicht als Abend bezeichnen... Später Nachmittag vielleicht... Wir können noch eine Druckerei hier mal bauen... Aber uns fehlen ja eh Arbeitskräfte... Das ist ja das größere Problem... So, wir bauen hier noch ein paar Investorenviertel hin... Kommt drauf an, wie früh man raus muss... Ja, okay... Fair enough... Boah, also bis wir da bei 200.000 sind... Ja... Und Manager fehlen ja auch... Brauchen wir hier ein paar Manager noch hin... Jetzt fehlt auch wieder Glas... Baulücken... Baulücken müssen geschlossen werden... Schaut mal, Leute, was haben wir denn hier? Die Römerstraße! Die Römerstraße... Das war doch gar nicht nötig, dass ihr noch eine Straße nach eurem Bürgermeister benennt, also... Wie schön... Die Römerstraße... Es fehlt jetzt dieses Mal auch wieder an Glas... Glas macht die Musik hier... Das ist schon wieder irgendein Alarm... Das ist schon nicht ein Krankenwagen, der da vorbeifährt, oder? So... Das Spiel ist gespeichert! Das ist schön, dass das Spiel gespeichert ist... Wir brauchen noch mehr Investoren... Da 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 da... Medizingeräte... Oh, das ist sehr kompliziert... Wie wär's denn mal mit dem Thema... Das kostet auch so viel Stahlbeton... Edelsteinmine... Goldmine... Das ist auch nicht so einfach... Elektrofahrzeuge... Ja gut, dafür brauchen wir auch Elektronik... Wobei wir produzieren doch jetzt auch... Naja... Ein wenig Elektronik... Wenigstens wenn wir genügend Leute hätten, die da arbeiten würden... Aber es fehlen einfach Arbeitskräfte... Ich weiß aber nicht genau, was für Arbeitskräfte fehlen... Hm... Ich brauche einfach mehr... Ich brauche einfach mehr... Mehr... Mehr Stahlbeton bräuchte ich... Hm... Ja... Hier ist übrigens unser Stadion... Wo mal wieder Tennis gespielt wird... Ah, wie schön... Büros brauche ich auch wieder... Also die Zufriedenheit hier ist nicht so hoch bei den Investoren... 62% ist... Ist nicht so toll... Hier haben wir 82%... Der Rest ist zufrieden... Die Investoren logischerweise nicht... Weil wir halt ihre restlichen Bedürfnisse nicht erfüllen... Geht das jetzt hier irgendwie überhaupt voran... Den Stahl haben wir komplett... Aber der Rest wächst nur sehr langsam... Und Titan fehlt uns ja sowieso... Ich brauche einfach mal Stahlbeton noch... Hier gibt es ein paar Lärmbelästigungen... Ich weiß gar nicht von wo... Ich weiß es nicht... Ich baue hier noch ein paar Investorenviertel hin... Die sind auch so unglücklich hier... Oh, hier fehlt einfach mal... Freizeit... Sowas... Das geht natürlich nicht... Großer Freizeitpark... Das ist doch sowas wie der Central Park... Den baue ich einfach mal schön hier... Mittig hin... Leider hat der ja nicht so eine gute Reichweite... Kollision... Mit was? Der hat einfach jetzt mal 256.000 gekostet... Aber... Was soll der Geiz? Noch so ein Stadion... Machen wir vielleicht mal nur ein Kino... Ein Kino reicht auch einfach mal aus... Hier auch noch ein Kino hin... Das sind doch auch alles Häuser... Aber das sind das Büros... Ja, die Leute haben einfach hier auch keine Freizeit... Vielleicht baue ich hier noch ein Stadion rein... Wenn das da reinpassen würde... So... Soll sich hier mal keiner beschweren... Wieso braucht eigentlich ein Park Büros? Für die Parkpflege wahrscheinlich... So... Hier noch ein bisschen was... Noch ein paar Manager... Damit sind die Ressourcen schon wieder aufgebraucht... Da müssen wir wieder ein bisschen sparen... Dass wir wieder mehr... Mehr Ressourcen bekommen... Tatsächlich... Das Problem ist diese... Investoren, die ich da baue... Die Investorengebäude... Ziehen da eigentlich überhaupt... Zieht da das Maximum an Leuten ein? Hm... 65%... Kapazität 1200... Ziehen die ein... Gibt es da eine magische Grenze, was die Zufriedenheit angeht... Da ziehen aber auch nicht alle ein... Kann das sein, dass das dann nicht so effizient ist? Hm... Hier ist Maximum... Aber ziehen denn jetzt dann theoretisch... Mehr Leute ein, wenn ich hier die Steuern senke? 10%... Woanders sind die aber dann nicht gesunken... Da sind sie immer noch auf 12... Ja, dann... Sind sie doch ein bisschen glücklicher, oder? Geworden, habe ich das richtig gesehen? Das Spiel ist gespeichert... Wir verdienen natürlich auch weniger Geld, ist klar... Das ist, äh... Klar... So, hier noch ein paar... Manager hin... Dann bräuchten wir mal wieder Stahlbeton ein bisschen... So, wir sind hier immer noch auf dem Weg... Wir brauchen einfach noch ein paar... Mehr... Ressourcen... Aber wir sind auf dem Weg mit dem Weltraumhafen auf jeden Fall... Kann nur sein, dass wir es vielleicht heute nicht schaffen... Aber dann bestimmt beim nächsten Mal... So, aber... Jetzt brauchen wir erstmal wieder ein paar Ressourcen... Um wieder ein paar neue Häuser bauen zu können... Denn wir brauchen einfach mehr Einwohner... Ich bin gleich wieder da, liebe Zuschauer... Bis gleich! 9нем. Amen. 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 Das Spiel ist gespeichert. Amen. Amen. So, da bin ich wieder, liebe Zuschauer. Die Ressourcen sind ein bisschen gestiegen, ist schon mal gut. Es ziehen aber wieder Leute aus, das ist nicht so gut. Ha. Weil Bücher und Spielzeuge fehlen. Ach, nö. Wir verdienen aber gerade gutes Geld. Wieso fehlen denn so viele Bücher und Spielzeuge? Warte mal, haben wir denn Holz? Ja, Holz haben wir, also können wir einfach noch ordentlich Spielwaren hier irgendwo. Kommt mal da hinten. So ein paar Spielwaren noch. Eins, zwei, drei. Vier, fünf. So, da bauen wir jetzt noch eine Straße hin. Perfekt. Und schon ist der ausgelastet. Ähm. Genau, wie war es mit Papier? Papier haben wir auch nicht. Das heißt, wir brauchen beides noch. Das heißt, wir bauen eine Papierfabrik, bitte. Die ist schon automatisch zwei Sterne. Ah, spannend. So, hier einmal. Machen wir jetzt mal vielleicht 60er Straßen. Geht das überhaupt? Oh no, ich krieg die hier nicht richtig. Ah, nee, das müsste reichen. So, jetzt haben wir hier nochmal vier Papierfabriken gebaut. Jetzt bauen wir hier noch die Druckereien, bitte. Auf jeden Fall auch nochmal vier Druckereien. Hier noch eine Straße. So. Ach so, aber es fehlen natürlich auch wieder Büros. Hä? Wieso? Ach, jetzt fehlt insgesamt auch wieder Wasser. Das ist ja kein Problem. große Wasserpumpe, einfach irgendwo hinbauen, wieder. Wirtschaftsboom, besitze 3000 Gebäude mit einer florierenden Stadt mit positiver Bilanz. Wow. 3000 Gebäude haben wir. 3000 Gebäude. Das ist krass. Hä? Was hat denn da jetzt hier keinen Wasserzugang? Oh nein. Ich hab das wieder falsch gebaut. Oh nein. Nein, Moment. Nein. Hä? Was ist denn das jetzt schon wieder? Oh Mann. Was soll denn das? Jetzt hab ich wieder das gesamte Wassernetz zerstört. Wieso ist denn das denn jetzt nicht mehr verbunden? Also manchmal verstehe ich das mit den Wassernetzen hier nicht. Leveler, ich grüße dich. Hallo, hallo. So, aber jetzt müsste das doch wieder passen alles. Ah, es hat aber wirklich Wasser einfach gefehlt. Ah, hier fehlt der Wasseranschluss. Natürlich. Natürlich fehlt hier der Wasseranschluss. So, jetzt. Soll das wieder funktionieren. Thema Wasser. Spiel gespeichert. Oder? Ja. Neun Gebäude haben keinen Wasserzugang. Doch. Weißt du, wieso haben denn jetzt wieder kein... Also... Hä? Da war doch eine Wasserleitung. Ich verstehe es einfach nicht. Aber jetzt sollte es wieder passen. So, wir müssen noch ein paar Büros bauen wieder. Brauchen wir hier noch ein paar Büros hin und schon sind wir die ganzen Ressourcen weg. Das geht so schnell. Dieser Stahlbeton und dann ist alles weg. Alles klar, Sani. Mach's gut. Schön, dass du da warst. Danke für dein Raid. Okay. Ah, Sani noch. Danke für dein Follow. Zum Schluss. Schönen Abend. Dir auch noch. Auftrag. Wir haben wieder einen Warentransport aufgeraten. Da bekommen wir Fischerstufe 2. Mit 2 Sternen. Das ist auch gut. Heimi. Hallöchen. Ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Wir fahren hier mal wieder durch unsere Stadt. Mittlerweile 360.000 Einwohner. Knapp. Einmal wieder durch die Luft geflogen. Ja, man kann überall Büros bauen. Was ist denn Polition? Äh, Leveler. Polition? Sagt man das so? Scheint eine recht kurze Route zu sein, weil wir haben nur noch ein paar. 1,30. Ich kürze einfach mal wieder eiskalt ab übers Weizensfeld. Wie sich's gehört. Sagt man's noch hier links? Da können wir eigentlich auch wieder abkürzen. Ja, wenn's uns nicht so völlig rumreißen würde. Oh, nein. Ich muss wieder schnell auf die Straße zurück. Wenn man ein bisschen krank ist, kann man auch mal eine Lernpause machen. Ah, Mensch, du bist ein bisschen krank. Das tut mir natürlich leid. Ich hoffe, du bist dann bald wieder fit. Ach, Mann. Was ist denn das für eine Steuerung? Das reißt mich jedes Mal rum. Jedes Mal muss ich hier wieder anfangen. Abgas in Deutschland. Äh, ich glaub, bei Büros gibt's keine Abgasprobleme. Juhu! Abschließen. Aufgabe abschließen. Es sind neue Gebäude verfügbar. Fahren wir mal wieder durch die Stadt. Wir brauchen eh noch ein paar Ressourcen aktuell. Viel, wenn wir mal wieder warten müssen. Nicht so stark, Rüdiger. Nicht so stark. Ein weißer Mann. So, wir fahren, wie ihr seht, einfach mal wieder voll durch unsere Stadt durch. Ich weiß nicht, das dreht's automatisch immer. So, ich würde sagen, wir fahren mal richtig durch unsere Stadt durch, oder? Nein, 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 nein. Guten Tag, Vorsicht, Passanten. Hier kommt der Bürgermeister. Ach, herrlich. Und jetzt biegen wir da links ab. Durch die Feuerwehr. Jawoll. Zack. Zack. Auf geht's. Durch die Häuser, durch. Oh. Da wurden wir zurückgestoßen. So, einmal durch die Passanten durchfahren. Ja. Ja. So, einmal durchlassen, bitte. Dankeschön. Einmal hier. Ich muss hier einmal durch. Oh, hier ist die Polizeistation. Oh, fuck. Weg hier. Weg von der Polizei. Der Bürgermeister darf nicht verhaftet werden. Gas geben. Gas geben. Schneller. 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 Wir sind bei 100 kmh, meine Damen und Herren. 100 kmh. Wie schnell können wir noch werden? Wir fahren. Wir fahren. Wir fahren immer weiter. Wuhu. Yippie. Und Spielabsturz. Ah, okay. Vielleicht haben wir es ein bisschen übertrieben. Ich gebe ja zu, dass eine gewisse Teilschuld vielleicht bei mir als Spieler liegt. Ein Prozent vielleicht. Am Ende muss das Spiel ja auch solche verrückten Bürgermeister aushalten. Nicht wahr? Das Auto war nicht wasserdicht hier. Das heißt, wir haben leider unsere Fahrt nicht abgespeichert. Das ist jetzt natürlich schade. Das heißt, wir haben leider nicht den Fischer Stufe 2 jetzt bekommen. Passiert. Zum Glück speichert dieses Spiel regelmäßig ab, ey. Sonst wäre das echt ärgerlich. Sonst wäre das echt ärgerlich. Auf der rechten Seite sehen wir wieder, wie sich unsere Stadt entwickelt hat. Nach zwei Stunden erst 6.000 Einwohner. Wenn man mal überlegt, dass wir jetzt bei 300 sind. So, schon unrealistisch, dass der LKW nicht unter Wasser fahren kann. Ja, das finde ich auch. Nach fünf Stunden erst 17.000 Einwohner. Ihr merkt, wie hoch das dann skaliert am Ende plötzlich. Und dann wächst man richtig schnell. Hier, 100.000 nach neun Stunden. 200.000 nach zehn Stunden. 300.000 nach 13 oder 12 Stunden. Also das geht jetzt richtig fix hier. So, das globale Sondermülllager ist fast voll. Das heißt, wir werden nochmal mehr Müll produzieren. Das heißt, warte mal, wo ist denn hier oben unsere... Ja, oh, Alter. Wie viel Müll hier einfach schon wieder liegt. Das heißt, wir werden jetzt hier mal so ein Sondermüllding bauen. Wieder... Oh, dafür fehlen mir Ressourcen. Dafür brauche ich Eisen. Genau, exponentieller Zuwachs. Sehe ich irgendwo meinen Sondermüll? Hä, 202, der ist doch nicht voll. Also das ist doch alles entspannt. 202, ist doch jetzt nicht viel. Ist auch schon wieder weg. Hm. So, aber wieso machen wir gerade eigentlich so viel Minus? Kann das sein, dass hier irgendwas nicht stimmt? Ich weiß es nicht. Ich baue noch mehr Investoren. So, die Bücher fehlen. Bücher und Spielzeuge. Haben wir die jetzt gebaut? Ach, verdammt. Das ist der Punkt, wo hier nichts mit dem Wasser verbunden war, wo gespeichert wurde. Wie viel Wasser haben wir denn? Wir haben auf jeden Fall genügend Wasser. Aber hier liegt so viel Müll, wir könnten noch so ein Müllkraftwerk bauen. Als Stromkraftwerk. Ah, hier würde man auf jeden Fall ungern leben. Was ist denn da bitte dann die Kollision? Weil ich baue doch. Einige Müllkraftwerke produzieren keinen Strom mehr. Hä? Kollision. So. Äh, was ist denn das für eine Lieferung? Ich muss 8,8 Millionen Euro liefern? Nee. Ach, ich muss da jetzt 8,8 Millionen Euro ausgeben. Dafür, dass ich dann, äh, den Fischerstufe 2 bekomme? Näh. Wenn ich den auch durch eine Transportfahrt bekomme. Ich zahle doch dafür kein Geld. Wir brauchen auch wieder mehr Büros. So, das sollte wieder ein paar Büros bringen. Stromleitung brauche ich dafür nicht, Hound. Also, ja. Aber die Stromleitung ist ja oberirdisch, ne? Deswegen. Was ist denn das hier? Wie viel Müll hier einfach rumliegt? Diese Mülllagerung. Ist der Wahnsinn. Wir müssen vorankommen, dass wir zu dem Titan hinkommen. Aber da fehlen uns echt noch viele Investoren. Ich meine, ich würde natürlich auch gerne mal die Investoren glücklich machen. Aber dafür bräuchte ich wieder mehr Stahlbeton. Und für mehr Stahlbeton brauche ich mehr Stahl. Wobei Stahl haben wir gerade. Das heißt, wir könnten vielleicht nochmal noch einen Stahlbeton in Auftrag geben hier. Haben wir denn Beton dafür überhaupt? Ist auch eine wichtige Frage, denn ohne Beton können wir auch keinen Stahlbeton bekommen. Doch, Beton haben wir. Bei Beton haben wir jede Menge. Das heißt, wir brauchen Stahl. Und Stahl haben wir doch im Norden. Dann baue ich doch auch hier nochmal ein bisschen was, würde ich vorschlagen. Aber es fehlen mal wieder die Bauressourcen hier. Hier kann man aber auch nicht so gut was hinbauen. Können wir das jetzt hier vielleicht langbauen? Wo ist denn jetzt hier bitte eine Kollision? CCC! Danke für den Abo im fünften Monat! Das ist ein wichtiger Monat, CCC. Danke schön. Ach, die kleine Feuerwehr ist immer noch zu nah. Das passt sogar genau hier in diese Biegung rein. Hier leider nicht. Ach, hier passt das rein? Perfekt. Bauen wir doch nochmal zwei Stahlbetonwerke. Das Spiel ist gespeichert. Ach, ist doch gut, dass das Spiel so oft gespeichert wird. Durch die Abstürze habe ich jetzt schon immer ein bisschen Sorge. Hier könnten wir mal noch ein paar Entsorgungszonen hinsetzen. Da kann ein bisschen mehr Müll noch gelagert werden. Wobei ja das große Problem ist, es fehlen Arbeitsplätze. Was ist jetzt hier los? Ich habe das Ding doch genau an den Schulweg gebaut. Ihr wollt mir wirklich sagen, da fehlt jetzt eine Straße? Wie soll ich da jetzt eine Straße hinbauen? Wie habt ihr euch das vor... Also... Wie habt ihr euch das jetzt vorgestellt? Ich weiß nicht, wie ich da jetzt eine Straße irgendwie... Wir bauen hier richtig schöne Brücken, sozusagen. Da fehlt der Wasseranschluss. So, mal wieder ein paar Investorenzonen bauen, bitte. Und ein paar Managerzonen brauchen wir auch noch. Da ist wieder der komplette Stahlbeton weg. Sir Frank, nie voll. Ich grüße dich. Willkommen in Terra... Terra Nova wollte ich schon sagen. Roma... Ne, Nova Roma. Jetzt habe ich es oben rechts steht es ja. Nova Roma. 360.000 Einwohner. Wir haben wieder ein bisschen Technologie freigeschaltet. Ich schaue mal kurz, ob wir die noch irgendwo sinnvoll nutzen könnten. Produktionskapazität von Eisenschmelzen und so weiter wird besser. Das hört sich gar nicht so schlecht an. Industriegebäude verbrauchen weniger Strom. Industriegebäude produzieren 40% weniger Müll. Unterhaltskosten... Oh, das ist auch wichtig. Wir werden verringert. Jetzt machen wir erstmal das hier. Bewohner werden... Von allen Bevölkerungskategorien sind zufriedener. Das wäre auch wichtig. Rohmaterialverbrauch von allen Industriegebäuden verringert. Das wäre auch wichtig. Jetzt machen wir mal noch das hier. Und dann fehlen uns jetzt noch ein paar Forschungspunkte. Ey, es fehlen 3000 Büros. So, wir bauen einfach mal hier noch ein paar Büros hin. Bald wachsen die Büros auch zu einer eigenen Stadt zusammen. Das sind alles nur Bürogebiete. So, wenn wir da jetzt nicht mal ein paar Büros schaffen, dann weiß ich auch nicht. So, ein paar Managergebäude noch dazu hier. Beim Stadion reinsetzen, bitte. Nova Roma, hast du denn schon deine Domus Aurea bauen lassen? Natürlich. Die kann ich dir gleich zeigen, wenn ich sie wiederfinde. Wir haben schon eine eigene Bürgermeister-Villa, Frank. Den Leuten geht es ja nicht so gut, ne? Die sind nicht so glücklich. Hm, warte mal. Vielleicht hier noch eine große Feuerwehr einplanen. Meine Bürgermeister-Villa befindet sich irgendwo hier in der Stadt. Hier, Bürgermeister-Villa von uns. Mitten in der Stadt. Schöne kleine Residenz. Im Herz der Stadt sozusagen. Im Herz der Stadt. Aber es fehlen immer noch Büros. Es fehlen auch immer noch Arbeitskräfte. Wir könnten jetzt trotzdem mal probieren, ob wir mal schauen wegen Gold. Dafür brauchen wir halt nochmal ein bisschen mehr Stahlbeton. Der wächst jetzt aber wieder ganz ordentlich. Das ist doch nicht standesgemäß. So, noch ein, bitte. Gib mir noch ein Stahlbeton. Bitte, komm schon. Ein Stahlbeton. Mehr will ich nicht. Dass ich endlich nach Gold suchen kann. Jetzt habe ich es auch so schon. So, hier hinten haben wir Goldminen. In der Nähe des Raumhafens. Oh, hier sind auch Goldminen. Schauen wir mal kurz, wo sind Edelsteinminen. Das wäre natürlich cool, wenn beide in der Nähe sind. Oh ja. Oh ja, hier ist doch perfekt für Edelsteine. Bauen wir doch hier gleich mal. Zwei Stück für die Edelsteinproduktion. Das Spiel ist gespeichert. Das Spiel ist, äh, gespeichert. Das ist korrekt. Na? So, klappt das jetzt nicht? Geht auch. So, und was uns noch fehlt, ist Gold. Hier produzieren wir jetzt also viel Edelsteine und, äh, Gold wollen wir hier oben produzieren. Die 100 sind da ganz tief drin, ne? Hm. Ist die Frage, ob wir nicht hier einfach bei den 90 schon mal beginnen. Und ein zweites mit 100 da reinbauen, genau. Dann baue ich hier eine 60er Straße durch, dass wir möglichst wenig Platz wegnehmen. Die baue ich mal hier hin. Ist das hier eine 100er Straße? Oh, passt. So, jetzt brauchen wir hier natürlich wieder Wasseranschluss. Und wir benötigen natürlich auch eine Spedition. La Speditiona. So. In den Büros fehlen halt auch wieder Arbeitskräfte. Wir brauchen mehr Einwohner. Wo habe ich jetzt die Minen gebaut? Hier. Würde ich aber fast nochmal eine zweite Spedition hinsetzen wollen. Dann bauen wir hier einmal rüber die Straße. Wenn denn das so einfach geht. Jetzt geht's. Einverstanden. Das heißt, wir produzieren jetzt vier Gold, vier Edelsteine. Oh, wir brauchen mehr Gold als Edelsteine. Für zwei Juweliere dann. Ist ja auch gar nicht so weit weg, fällt mir gerade auf. Könnte man ja dann schön mittig einfach hinbauen, oder? Und dann einen der zwei Punkte. Kurze Frage. Naja, hier ist so ein bisschen... Okay. Jetzt muss das Gold dann nur darüber noch geliefert werden, bitte. Mit einer 130er Straße, bitte. Das geht schnell. Sehr cooles Spiel. Ich liebe Anuch. Ja. Nachvollziehbar. Das heißt, wir brauchen noch zwei Goldminen jetzt. Dann läuft das eigentlich ganz gut. Zwei Goldminen noch. Oh, die kosten aber auch richtig Geld hier, diese Minen. Oh, wir brauchen auch noch drinnen wahrscheinlich eine Feuerwehr, oder? Bevor jetzt hier wieder alles abfackelt. Da würde ich sagen, reicht eine kleine Feuerwehr. Wie sieht es da drüben aus? Da drüben ist, glaube ich, alles gut. Jawohl. Polizei. Bauen wir auch mal eine kleine Polizei. Da passt auch alles. Und dann bauen wir noch die zwei Goldminen. Hier ist überall 90. Ich kriege auch keine 100 mehr. Dann sollte jetzt vielleicht die Produktion funktionieren. Mal schauen, ob das reicht, dass wir eigentlich dadurch immer nur vier produzieren. Bei den Juwelieren. Ich weiß es nicht. Das ist nämlich echt nicht viel. Obwohl das so teuer ist. Das kostet ein Juwelier, kostet 100. Ich will es gar nicht aussprechen. 100.000 Euro pro Woche. Alter, das sind Preise. So, wir brauchen aber mehr. Ah, ja. Jetzt bauen wir mal ein paar Ingenieure. Komm, jetzt baue ich da nochmal ein paar Ingenieure hin. Hier noch alles voller Ingenieure. Wir brauchen mehr Leute, mehr Arbeitskräfte. So. Welche Ressourcen fehlen mir denn hier gerade? Ah ja, Stahlbeton wieder. Dann noch ein paar Manager eben. So. Stahlbeton ist wieder aufgebraucht. Spiel gespeichert. Spiel wurde gespeichert. So, wie schaut's aus? Schmuck. Schauen wir mal, ob der schmuck... Wir kriegen keine Bücher. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir einfach nicht genügend Bücher produzieren können. Das Problem ist, Bücher einzukaufen, ist wahrscheinlich auch unfassbar teuer, oder? Ähm... Ich überlege gerade, auf was wir gerade verzichten können, das zu verkaufen. Dämmstoff normalerweise. Wenn ich jetzt sage, ich will Bücher kaufen. Oh, 14.000. Nee, das ist schon teuer. Kubulofen. Danke für den Follower. Willkommen. Das kann doch nicht sein. Das ist ja eigentlich eine recht einfache Bücherproduktion. Wieso? Wir haben wahrscheinlich einfach die Arbeitskräfte nicht. Wir haben wahrscheinlich einfach die Arbeitskräfte nicht, oder? Das könnte ich mir noch vorstellen. Bierfabrik. Noch eine Druckerei, wenn ich mal noch das Eisen dafür hätte. In den Anfang 1800 habe ich Abstand gehalten zwischen der Feuerwehr und anderen Gebäuden, weil sonst hatte das Feuer sich verbreitet zu der Feuerwehr. Hm. Das ist hier nicht das Problem. Daisy, danke für deinen Follower. Willkommen. Willkommen. Es fehlen natürlich hier auch wieder Büros. Und uns fehlt Eisen. Ja, das ist das Problem. Die Stahlproduktion haut halt wieder das ganze Eisen weg. Ja, dafür produzieren wir jetzt wieder sehr viel Stahl. Dadurch können wir auch wieder viel Stahlbeton produzieren. Ach, da ist das Eisen wieder weg gewesen. So schnell geht's. Ich sollte hier mal eine Straße vielleicht reinsetzen, oder? Der Amselnweg. So. Dann schick deine Legion los. So, bitte gib mir das Eisen. Gib mir wieder Eisen. Gib mir wieder Eisen. Ach, come on. So schnell waren diese 20 Eisen wieder weg. Muss man jetzt schnell klicken. Kollision. Jetzt. So. So, aber dann bauen wir hier vielleicht noch eine weitere städtische Spedition. Okay. Und dann bauen wir wieder ein paar Investoren. Gebäude. Ein paar Manager dazu. Damit sind wieder alle Ressourcen weg. Und wie viele Büros fehlen? 3.800. Oh. Schande, schande, schande. Eisen fehlt ja auch. Spam-Klick wie beim Kauf von Nvidia Grafikkarten. Spam-Leveler. Nun. So, wir kommen hier so Stück für Stück vorwärts. Wie sieht's denn jetzt mit der Schmuckproduktion aus? Läuft die mal an oder wahrscheinlich eher nicht? Bis jetzt noch überhaupt nicht. Noch ganz und gar nicht. Weil wahrscheinlich einfach Büros fehlen. Das war weiter im Norden, oder? Wo war denn das? Oh Gott, bei der... Ach so. Ja, deswegen arbeiten die alle nicht. Da fehlen einfach wirklich Arbeitskräfte in der Druckerei. Pass auf, da müsste ich einfach mal ein paar... Ich muss, glaube ich, einfach mal ein paar klassische Facharbeiter oder sowas bauen. Einfach mal wieder ein paar Angestellte. Die baue ich nämlich gar nicht mehr. So nämlich. So, alles mal hier mit Angestellten jetzt vollclustern. Die aber, glaube ich, nicht so zufrieden sind. Hier sollten wir mal noch eine Straße langziehen. Wobei, die hier sind eigentlich recht glücklich. Spiel wird gespeichert. Spiel ist gespeichert. Dann brauchen wir doch noch ein paar Angestellten hier einfach. Die haben hier alles, was sie brauchen, oder? Ein bisschen Freizeit könnte man hier noch hinmachen. So ein Spielplatz. So ein Park. Noch ein Spielplatz. Und Wasser. Okay, Wasser müsste wieder laufen. Lieferung. 1.600 Fleisch. Haben wir so viel Fleisch? Nö. Dann bekäme ich bessere Sachen. Ah, okay. Dann verkaufe ich doch jetzt erstmal kein Fleisch mehr. Die Angestellten wollen nicht so viel zum Zufriedensein. Ah, Möbel ist das einzige. Ah, oh, hier Gesundheit und Kirche fehlt. Ups. Jetzt fehlen mir drei Eisen. Für ein Krankenhaus. Kleine Arztpraxis. Könnte es wahrscheinlich auch tun, aber wenn, dann will ich schon ein Krankenhaus gleich bauen. Wir bräuchten einfach wieder mehr Eisen. Haben wir denn das, was wir dafür brauchen? Eisenerz und Kohle? Nö, wir haben kein Eisenerz mehr. Das erklärt einiges. Kohle haben wir noch. Schau mal, hier können wir doch noch schön, äh, Minen bauen. Wieso ist denn da jetzt eine Kollision? Egal. Bauen wir wieder ein paar Investoren hier rein. Vielleicht auch mal wieder hier unten ein paar Investoren hin. Ah, Manager. Bleibt auch nicht viel übrig. Dann vielleicht noch ein paar Ingenieure. Und einfach wieder ein paar Angestellte da rein. Angestellte werden ja schnell glücklich hier gemacht, denke ich. Ich komme hier mal so ein bisschen in die Randbezirke, die Angestellten. Hallo Platonius, wir brauchen wieder Wasser. Wir brauchen wieder Wasser. Zugang. Wir brauchen mal wieder Wasser hier. Dass die hier nicht angeschlossen sind. Jetzt kann ich auch mal was schreiben und Ton hören. Du warst total in Age of Empires 4 vertieft. Ah ja. Schön, schön. Wir sind jetzt bei 400.000 Einwohnern und sind noch lange nicht bei unserem Weltraumhafen. Denn dafür brauchen wir noch doppelt so viele Investoren, wie wir aktuell haben. Und das kostet sehr, sehr viel Stahlbeton. Außerdem Schmuck, der immer noch nicht produziert wird. Weil uns, glaube ich, immer noch Arbeitskräfte fehlen, oder? Ja, Büros fehlen uns vor allem, ne? Das heißt ja, ja doch, hier wird doch ein bisschen was produziert, oder? Der Juwelier? Ne, der kriegt irgendwie nicht seine Ressourcen. Wieso macht das denn jetzt hier nicht die Spedition? Die arbeiten irgendwie alle nicht. Oh Mann. Gold. Brauchen mehr Büros. Dann baue ich halt noch so ein paar Bürokomplexe. Zwei. Bauen wir einfach überall, wo noch Platz ist, baue ich jetzt so Büroteile hin. So, hier noch. Und da, und da, und da. Hier unten sollten wir noch eine Straße mal reinsetzen. Und da kommen wir hier irgendwo noch hin. Hoch. Hoch, rüber, runter. Jawohl. Straßen miteinander verbinden. Verkehrstechnisch immer sehr sinnvoll. Ah, wir brauchen überall Arbeitskräfte. Ein Arbeitskräftemangel hier. Man kommt nicht hinterher. So, hier können wir mal wieder ein paar Investoren kommen. Noch hier ein paar Manager. Büros brauchen. Brauchen mehr Büros. Für den Innenraum vielleicht mit der Straße auch noch verbessern können. Ich frage, ob sich das lohnt. Na ja, bauen wir noch ein paar Büros hin. Noch mehr riesige Bauprogramme, wie ihr seht. Es stehen jetzt überall Büros. Die komplette Fläche wird einfach zugemacht. Mit Bürojobsstellen. So, wenn ich sieben Millionen Euro liefere, bekomme ich kleine und große Glasschmelze. Wie sieht es mit dem Fleisch aus? Immer noch nicht genügend Fleisch. Wir haben auch keine Möbel und kein Holz mehr und keine Spielzeuge. Ach, Mann. Meine ganze Wirtschaft bricht zusammen. Forschungsmissionen abgeschlossen. Langsam wird es echt schwierig. Langsam wird es echt schwierig. Ah, wir können auch hier wieder Sachen abholen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das heißt, jetzt nenn ich mal wieder Forschungspunkte. Wir holen mal Rohmaterialverbrauch von allen Industriegebäuden. Wird um 4% verringert. Das ist wichtig. Die Zufriedenheit von den Bewohnern möchte ich bitte erhöhen. Forschungsmissionen abgeschlossen. Haben wir hier noch irgendwas Spezielles? Äh, was ist Forschungsstufe 1? Von 9. Ein weiteres Stadtgebiet kann gekauft werden, brauchen wir nicht. Reichweite von Verbesserungsgebäuden wird plus 2 Raster vergrößert. Was sind denn Verbesserungsgebäude? Gezeiten-Kraftwerk kann man freischalten. Fusions-Kraftwerk. Effekt von Verbesserungsgebäuden gleichen Typs überlagern sich um 25%. Dappadan, danke für den Follow. Ich glaube, das ist Effekt von Verbesserung. Das ist, glaube ich, ganz gut, dieses Überlagern. Ich setze einen Satelliten aus. Diese Forschung kann im Laufe des Spiels freigeschalten werden. Produktionskapazität aller Industriegebäude wird erhöht. Alle Industriegebäude benötigen 5% mehr Arbeiter und Lohnkosten steigen feilen Produktionskapazität. Kann ich das denn jetzt schon machen? Dafür brauche ich erst den Weltraumbahnhof, logisch. Hm. Holen wir uns noch irgendwas? Das mit den Haltestätten finde ich jetzt nicht so wichtig. Die Mieteinnahmen. Ich weiß nicht, was darunter... Ach, hä? Wir brauchen erst das mit dem Reset, dass das effektiver ist. Ich hol mir jetzt mal noch das mit den Mieteinnahmen. Schauen wir mal, ob ich dann noch mal mehr Geld bekomme. So. Uns fehlen immer noch 1000 Bürojobs. Brauchen wir noch mal ein paar Bürokomplexe irgendwo hin? Und hier mal noch eine Straße, bitte. Dann ist das Land auch erschlossen. Boah, Freunde. Ich sehe jetzt das wieder, wie viel Uhr es ist. Die Zeit... Die Zeit, sie fliegt! Dieses Spiel... Man versinkt in diesem Spiel. Das ist der Wahnsinn, liebe Zuschauer. Es fehlen immer noch Büros. Es fehlen immer noch Büros. Und klassische Jobs. Bauen wir hier noch ein bisschen was? Haben wir alle Baulücken geschlossen? Hier drüben noch nicht. Damit habe ich mal wieder alle Ressourcen ausgegeben. Und wie viel Fleisch? Immerhin läuft die Bücherproduktion. Wenn du genügend Forschung in dieser Kategorie freigeschaltest, erhältst du diese Forschung kostenlos. Aber welche Forschung? Das globale Speditionsgebäude. Achso. Naja, gut. Ist nicht so wertvoll. Aber hier gibt es irgendwie auch nichts. Erhöhe die Zufriedenheit von Menschen auf 98%. Schau mal, die sind jetzt auch bei 86% auf einmal, die Investoren. Und wie habe ich denn die so zufrieden geschafft? Ich glaube, die Technologien haben da geholfen. Haben wir denn jetzt mittlerweile mal ein bisschen Schmuck? Oder haben wir immer noch keinen Schmuck? Da waren mal drei Edelsteine. Ja, wir haben neun Schmuck. Wir haben neun Schmuck, meine Damen und Herren. Der Schmuck ist real, sage ich euch. Der Schmuck ist real. Er ist hier und er ist ready. So, ich habe hier noch ein paar Manager. Achso. Oh, die Spielzeuge werden jetzt wahrscheinlich wieder fallen. Spielzeugfabrik. Ah, dafür brauche ich Eisen. Eisen. Die arbeiten ja hier fast schon. Das ist ja der Wahnsinn. Das sind ja auch die ganzen Spielwaren-Fabriken. Sehr schön. So, ich muss mal überlegen, liebe Zuschauer, wann wir den nächsten Livestream machen. Nächste Woche bin ich nämlich von Mittwoch bis Freitag wieder unterwegs. Ich könnte aber am Freitagabend vielleicht Livestreamen. Die Frage ist, ob ich am Montag, also morgen, oder am Dienstag Livestreame. Das weiß ich noch nicht. Das muss ich mir tatsächlich noch überlegen. Da werde ich euch auf jeden Fall noch informieren über Twitter, über meinen Discord-Server, über den YouTube-Community-Tab. Ja. Ich glaube, über Instagram mache ich es über Instagram auch. Ja, normalerweise schon. Ah, Eisen ist wirklich wieder so ein Problem. Ach, kommt schon. Das. Es kommt ein bisschen Eisen rein und dann ist es wieder weg. Das geht leider richtig schnell. 340 Büros fehlen. Ich brauche hier noch ein paar Büros. Okay. Oh, ja, da unten fehlen Büros. Hätte ich vielleicht mal lieber hier was bauen sollen, irgendwo mal ein Büro. Hier können wir aber noch eine Straße runterziehen. Eine 100er Straße vielleicht. Oh. Na. Das ist ein bisschen... Wir müssen ein bisschen schräg hier. So. Ha, so ist doch auch nicht schlecht. Und wer will nicht gerne neben dem Müllfeld hier leben und wohnen. Schaut euch mal diese Skyline an. 440.000 Einwohner. Ai, 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 ai. Kann man hier eigentlich die UI irgendwie ausblenden? Weiß das zufällig jemand von euch? Gibt es da irgendwie F9? Ha! Aber wie kriege ich meine Maus weg? Die kriege ich wahrscheinlich nicht perfekt weg. Das Spiel ist gespeichert. Ah, jetzt hat es sich erstmal gespeichert. So, jetzt haben wir mal einen schönen Screenshot aufgenommen. Kann ich denn den irgendwo gleich sehen? Wo finde ich denn diesen Screenshot? Ich würde den gerne gleich, äh... Hochladen. Wo wird denn der bitte hochgeladen? Ich würde den gerne downloaden, nicht hochladen. Wo ist der jetzt? Online anzeigen. Wo habe ich denn jetzt hochgeladen? Nein, ich will den... Ach, da. Ist meine Festplatte. Den packen wir nämlich mal hier kurz hin. Sehr schön. Dann packe ich den gleich bei High-Rise City mal hin. Dann habe ich da vielleicht in Zukunft ein schöneres Ankündigungsbild von meiner Stadt. Das jetzt funktioniert. Hi. Ja, es sieht gut aus. Okay, wunderbar. Gut, das passt. Das passt. So, mit F9 wieder... Ups, falscher. Jetzt habe ich F8 gedrückt. Oh Gott, stößt jetzt das Spiel ab? Ich habe ja gespeichert. Was ist jetzt passiert? Was ist das jetzt passiert? Hä? Was macht ein F8? Irgendwas lädt. Hä, lädt mein Spielstand jetzt nochmal? Das ist ja strange. Aber gut, Freunde, wir sind so langsam am Ende dieses Livestreams angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch wieder am Nachmittag schön mit diesem wunderschönen Aufbauspiel High-Rise City unterhalten. Mir hat es wieder ganz viel Spaß gemacht. Wir werden hier natürlich weitermachen. Äh, ich... Wahrscheinlich nicht am Sonntag nächste Woche, weil ich Sonntag wieder mit meinem Umzug eher beschäftigt bin. Ähm... F8 ist wahrscheinlich Schnellladen. Ja, das kann sein. Äh, aber wir werden diesen Spielstand auf jeden Fall weiterführen. Ich muss noch überlegen, wann dann genau auf jeden Fall. Also das, äh... Werde ich dann noch gucken. Dann gehe ich jetzt mal einfach zum Hauptmenü. Äh, wir machen jetzt natürlich noch einen Raid. Deswegen bleibt gerne noch kurz da. Ich schaue mal, wo ich euch gleich hinschicke. Oh, jetzt hängt sich, glaube ich, mein ganzer PC auf. Kann das sein? Twitch hat sich jetzt auch aufgehangen. So. Ah, jetzt passt wieder alles. So, gebt mir einen kleinen Moment. Dann schaue ich mal, wo ich euch noch hinschicken werde. Wir hören auch wieder die schöne Musik im Hauptmenü. So. Oh, Leute, wisst ihr, wo ich euch mal... Ah, da ist gerade eine Pause. Das ist natürlich blöd. Die Frage, ob er gleich wieder da ist. Wo ich euch nämlich gerne mal hinschicken würde, wäre zum Hauke. Hauke Gerdes von den Rocket Beans. Ähm, der streamt nämlich nach einem Jahr Pause wieder. Und da würde ich euch vielleicht gerne hinschicken. Aber der ist gerade scheinbar in der Pause. Oder der macht gerade Pause. Ich weiß natürlich nicht, wie lange das dauert. Aber wenn er nicht gleich wieder da ist, dann schicke ich euch woanders hin. Aber wir können ja nochmal kurz, äh, miteinander so ein bisschen ein End-Talk zu diesem Livestream von heute machen. Erstmal noch vielen Dank an Martino, äh, Martinovitsch für deinen Follow. Schön, dass du hier bist. Willkommen in der Follow-Legion. Ja, Nova Roma wächst. Der Weltraumhafen ist schon, wir müssen nur noch die finale Stufe fertig bauen. Dann haben wir diesen Weltraumhafen. Und wir brauchen halt Titan dafür. Und für Titan brauchen wir noch die Stufe Metropole. Dafür brauchen wir noch doppelt so viele Investoren. Aber ich denke, beim nächsten Mal ist es durchaus realistisch, das dann zu schaffen. Halte ich wenigstens für realistisch. Ähm, genau. Ansonsten, was lässt sich noch sagen? Ihr findet natürlich auch auf meinem YouTube-Kanal wunderschöne Aufbauspiele wie Highrise City. Also da könnt ihr gerne mal jetzt vorbeischauen. Ah, und jetzt, wie ich sehe, ist Hauke auch wieder da. Dann würde ich sagen, äh, gut, dass man gewinnen kann im Spiel. Ich will ein Spielende haben. Ah, kann man hier bei Highrise City wirklich offiziell gewinnen? Hm. Na gut, ich schicke euch jetzt auf jeden Fall zum Hauke. Kommt alle gerne nochmal mit und lasst alle mal ein Abo in seinem Chat. Das würde mich sehr freuen. Ähm, der Hauke, ganz cooler Typ. Bei den Rocket Beans hat er ganz viele Jahre Spielleitung gemacht. Er wird im Oktober wieder Moriton Manor, ähm, ein schönes Pen & Paper Spiel leiten. Und, ähm, ja, er hat auch ein eigenes Spiel mitentwickelt zu Corborn. Da habe ich auch schon Sachen gezeigt. Ich hoffe, euch hat es heute allen gefallen. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntagabend, einen schönen Start in die Woche. Wie gesagt, den nächsten Livestream gibt es entweder vielleicht am Montagabend oder am Dienstagabend. Ich werde euch nochmal informieren. Und jetzt schicke ich euch zum Hauke. Viel Spaß und Valete. Euer Gaius Julius Cäsar. Das ist ein amerikanischer Server. Es gibt keine, also, es gibt ja für...